der download läuft also die die hälfte ist ja schon mal geworfen kann also nur noch sich um stunden handeln ja es kommt neues auf uns zu wir schauen mal kurz was denn so die patch notes sagen update 11 patch notes ist sicherlich gesagt ganz interessant wie der träger so aussehen wird so wie es ausschaut gibt es auch extra plätze wo ihr dann platz nehmen könnt und das schauspiel des sprungs euch anschauen könnt ist natürlich auch nicht schlecht aber noch ich leicht angeschlagen hier ja es gibt neue neue mission wo mehr kommandanten auch benötigt werden also im geschwader im endeffekt viele viele patch notes also viele patch patches wurden auch durchgeführt aber das ist jetzt liest sich wie ein vernünftiges update aber wir werden ja merken ob es ob wir spielen können oder nicht wie hatte will ich das schon gerade erst gesagt es ist ja nicht spielfähig nie weil man hat immer das gefühl sie bringe was raus und haben es dann nicht getestet dass das ist so der brüller dabei wir warten einfach mal ab kann ganz interessant werden auch im flotten träger gibt es dann laut den patch notes ich beziehe mich im moment nur auf die patch notes weil was anderes liegt mir im moment noch nicht vor nur ihr seid live und in farbe dabei wenn gleich das kannst du dann live geht ja bei mir ist der download etwas langsamer ist ja klar wer streamt bremst sich selber aus beim download wenn ich gleichzeitig upload und download das ist natürlich eine verlangsame aber schließlich möchte ich euch die neuigkeiten nicht vorenthalten ihr wisst ihr könnt schon vielleicht sind einige schon und haben schon gezogen und stürmen schon voraus bei einigen wird natürlich der der download wahrscheinlich rasend schnell gehen insbesondere wenn man natürlich alles abgeschaltet hat ja ich immer noch völlig angeschlagen na so und es wird interessant was sonst noch alles so drin ist jedenfalls ich bin gespannt ob die fehler die schwerpunktmäßig die letzten tage noch angesprochen habe ob die jetzt funktioniert da bin ich sehr gespannt da bin ich äußerst gespannt oh ja dazu muss ich natürlich auch gleich noch dann die kiste noch starten weil logischerweise da das ja im background system ist müsste er ist ja auch für reisen gelten ist ja flottenträger deswegen muss ich natürlich dann auch die kiste einmal anschmeißen ja wo war das noch mit den halle lobby hangar jetzt schaltet er gerade bei mir das ist jetzt nicht von vorteil wenn man dann die fermedienung auf die erde gelegt hat so ich muss mal eben hier kurz intervenieren auf der auf der playstation und die playstation so ein bisschen vor und bereiten drei neue mitteilung aber von update keine spur wir starten einfach mal dass das ich starte mal das game auf auf playstation mal gucken was er denn dann sagt ja er sagt zu mir der download wurde hinzugefügt dann kann ich jetzt eigentlich das spiel schon wieder die und enden so hier muss ich mal eben kurz so wechsler so das spiel schließen das update dazu läuft jetzt ist es natürlich jetzt bin ich jetzt schon dreifach gearscht weil das update auf der playstation läuft das update auf der auf dem pc läuft und gleichzeitig haue ich auch noch was ins netz das macht das ganze nicht viel einfacher so aber optionale bereiche und dienstleistung war okay das wird spannend also da muss man dann noch mal die jungs mit aktiven carrier werden dann noch mal ganz fleißig losfliegen und erst mal ihren carrier updaten wollen müssen und tun wie man sieht gibt es optionale bereiche die die ich weiß nicht wahrscheinlich muss man die zu kaufen oder auch nicht klammern zu naja die jungs für odyssey müssen halt etwas mehr ausgeben für ihre carrier mal gucken tschuldigung mussten wir in den elefanten neben ihm so ja ist wie ihr seht hat er noch einige minuten bis er das hier wuppt die datendurchsatzrate ist klar wenn da mehrere dritte drannuckeln ist ja kein wunder wenn es langsam ist da müssen wir ihn durch so jedenfalls zugang zu fuß möglich das wird schon interessant wie das ganze so ausschaut ja lackierung der flottenträger wurde in die gleiche umgebung wie ausrüstung verschoben dann denn das ist ja das hatte ich ja gestern sogar noch direkt angemerkt ja einiges kann ich davon nicht nachvollziehen weil die fehler hatte ich nicht aber schon okay entschuldigung für die mussten anfall ja man kann nicht zusammen auf einmal barocker sitzen schade das schränkt das spielnetwerk plötzlich völlig ein ist schon mal überhaupt nett dass es das da irgendwas gibt aber ob wir haben schon viel gesehen was geschrieben stand und dann doch nach wenigen minuten schon wieder gestrichen wurde wir erinnern uns da so an update nummer 10 9 wo dann auch sachen nicht funktioniert haben die dann in den notes standen ich weiß nicht warum schreibt man was in die notes wenn man es nicht ausprobiert hat aber das ist schon okay die haben ja sonst auch ganz andere sachen zu tun noch die müssen ja auch noch geld verdienen ne nun und der scorpion soll längere laufzeiten haben feuerlaufzeiten und auch genauer na das ist doch mal was ja so wie der in den sand gepisst hat das war schon komisch das war schon komisch nun gut wir müssen noch ein bisschen warten aber wird schon interessant wird schon interessant wie sich das ganze gleich auswirkt ich werde immer auch hin und her hüpfen zwischen beiden carriern ja weil das eine ist ja das eine hat aktivierung das andere hat aktivierung je nachdem oh gott da ist nackt arg in meiner stimme das ganze aber noch warten wir auf das was da kommt ja und dann dann ist ja erst der download durch dann beginnt ja die installation was dann da auch noch mal dauert und wie viel ist das überhaupt was hat er da vier gigabyte so gesagt rein installiert runterziehen tut er 3,3 daraus werden dann nachher vier bei 84 prozent sind wir schon das sieht doch gut aus ja ich gehe mal eben auf die playstation seite und guck was das tier so tut ich werde das ganze natürlich nicht über das interne netz tun sondern direkt auf dem auf der mascheng weil ansonsten so wo sind wir denn noch fünf minuten die playstation nimmt sich gerade nur das was sie darf das ist auch gut wenn wir sie jetzt in ruhe modus versetzen dann nimmt sie sogar noch weniger weil dann hat jedes gerät eine höhere priorität als die playstation selbst und das ist dann schon mal gut weil die playstation so im moment ja gerade mal nicht der wichtigste part dabei ist obwohl da ich das dann gleich auch die veränderung sehen will ob man da daran gedacht hat denn was passiert wenn ich beispielsweise den werftbereich abschalte wenn ich mich im werftbereich also wenn sich eine person im werftbereich aufhalten würde hat man daran gedacht das will ich mal ausprobieren gibt ganz viele sachen die ich ausprobieren sollen würde werden würde und so weiter ja ja aber das das größte ist eben der carrier das look and feel ist natürlich dann eine reise wert zu den anderen carrier sich die verschiedenen carrier auch mal zu gucken wie sie so sind ja und insbesondere diese optionalen bereiche und dienstleistungen sind natürlich recht interessant insbesondere finde ich natürlich auch die bar die bar ist jetzt ein dienstleistungsbereich den ich eventuell selbst bestimmen kann es wäre ja nett wenn ich da zum beispiel meine materialien oder dergleichen zum tausch anbieten könnte das kennt man ja von einigen spielen dass man dort so ähm multitausch äh optionen hat so ebay für fürs spiel so ungefähr sind können wir ja mal gespannt sein wie das ganze so aussieht so jetzt muss ich nochmal gucken mal gespannt sein ja der sound läuft auch gut ja es tut sich was es tut sich was wir kommen immer weiter 94% ja es nagt an mir das auch und diese seuche ist so schlimm echt ja und es wird nicht besser es wird nicht besser es wird nicht besser ja mühsam man nennt sich das eichhündchen hier die letzten meilen sind immer die schwierigsten hauptsache der server kackt nicht ab na komm häschen das letzte 0,1 kannst du ja auch noch pack s ja hinsetzen auf dem stuhl finde ich ja nun ja ob ich da stehe oder ich sitze das ist mir doch es nimmt mich nicht wirklich mit oder und dass man nur einzeln auf dem stuhl sitzen kann also das ist natürlich so noch wenige sekunden dann ist er voll ja jetzt kommt die verifizierung na das ist ja entzückend nur elf minuten neun minuten das ist doch schon mal das klingt doch schon mal vernünftig aber das kann ja ne das ist äh das kennen wir ja von microsoft aus früheren tagen so nach dem motto ähm noch 88 prozent und vorher hast du irgendwie bis zu diesen 88 prozent hast du 20 minuten gebraucht und dann brauchst du für die letzten paar prozente zwei stunden und dann war es so stand 99 prozent dran und du dachtest du so na super jetzt hat sich sie aufgehängt oder aber auch so nach dem motto es fängt an zu zählen 1 2 300 das hatten wir ja auch schon so hier greift er jetzt auch mit flotten schritten an wie man sieht das gefällt mir aber es hat doch gesicht solange die kurse kurve immer schön berg auf geht nö nö nicht runter genau genau man soll den tag nicht vor dem abend loben na das klingt doch schon mal ganz nett dass er nur noch 40 Sekunden braucht und dann sollen wir hier Einblick kriegen Servus Ferry Ja die Konsolenspieler die dürfen von weiter winke winke machen das ist nun mal so naja damit hat das Spiel angefangen also es war ja bei Horizon dasselbe hat zweieinhalb Jahre gedauert bis in Horizon die Konsolenspieler daran teilnehmen durften denn wenn du bedenkst Dezember begann Dezember 2014 begann die Alpha von Horizon jetzt wird es installiert das kann auch wieder mal etwas dauern ich muss noch mal den Elefanten machen woher kriegt der Körper diesen ganzen Sodder das ist echt unglaublich ja also zweieinhalb Jahre hat es gedauert bis die Konsolenspieler dann mitspielen durften und da habe ich dann auch erst angefangen Juni 2017 das waren schon ja wenn man so will hat es lange gedauert so und ich gehe mal davon aus dass es hier auch nicht anders sein wird bis Konsolenspieler wieder mit dürfen wird es wohl so noch anderthalb Jahre mindestens dauern vielleicht sogar noch länger bleibt abzuwarten wenn sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen ah jetzt jetzt fängt er an jetzt jetzt wird er kleinbund und komisch gut wir kriegen schon mal die ersten Zeiten das ist schon mal schon mal nicht schlecht ne und Ferry du bist schon drin oder oder gehörst du eben zu den ne gehörst du zu den Konsolenspielern also ich gehöre ja eigentlich auch dazu weil auf dem Konsolen auf meiner Konsole habe ich habe ich mehr als Geld angehäuft als hier insofern aber hier habe ich dann irgendwann auch aufgehört zwangsweise Geld zu sammeln so und jetzt bin ich auch gerade dabei meinen Carrier so gesagt einzustampfen ich darf spielen abgeschlossen na dann starten wir das doch mal ne ich bin ja entsetzt eben stand da noch neun Minuten und dann fertig ja dann spielen wir mal spiele 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 mögen die spiele beginnen komm reiß auf da ne du bist im Moment nicht ist das halt den Mund ja ist mir klar dass das so kommt hier drehen wir jetzt erstmal guckst du komm her so jetzt kannst du so viel rumschreien wie du willst das interessiert mich nicht mehr so da ist also der neue Launcher dann starten wir mal ah ok ja im Homeoffice auch nicht schlecht ja also ich ich würde auch lieber ehrlich gesagt lieber gern arbeiten als hier diese diesen Dreck Moment zu leben diese Seuche bringt mich um so nach dem Motto so dann schalten wir jetzt mal den ganzen Kleideradatsch weg so und dann schalten wir mal die Frames zu mal gucken ob sich da auch was getan hat aha da ist schon jemand on von uns Odemon aha er bereist schon das ne alles klar gut ja dann gehen wir doch mal gleich in die Vollen und gucken was hier los ist gut nein äh 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Die müssen so ein bisschen gepusht werden. Und die wahrscheinlich auch. Ja, hat sich noch nichts ergeben. Ist aber klar, die Berechnung läuft noch. Also beziehungsweise der Umlauf. Spiral... Ah, ich muss schon wieder Elefanten machen hier. Oh Gott, ist das alles eklig. So. Dann starten wir doch gleich mal durch hier. Wir wollen uns ja den Frachter schließlich angucken. Na, hier, den Carrier. So, und dann fliegen wir erst mal zu einem Carrier, der ziemlich eingeschränkt ist. Und zwar meinem Playstation-Account, den ich eigentlich schon so gut wie runtergefahren habe. Den wählen wir mal als Ziel aus. So. 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 weil der ganz viele sachen schon abgeschaltet hat da können wir dann das kind und ganz genau uns angucken was für eine auswirkung das dann hat wenn ich dann auf den anderen carrier rübergehe der alles aktiv hat und eventuell was kann ich dann noch schalten das kann ich ja jetzt schon gucken während ich noch aus der da gebe ich mir so ein bisschen gas hier so guck ich erstmal in mein management was ich da so machen kann wie sich das so verändert hat aha guckst du da haben wir schon ein bar symbol carrier dienste ok tja da muss ich noch mal hand anlegen und diese dienste zu kaufen hallo was springt ihr da einfach aus na gut ah ok auch das kann man dann so gesagt ah ja gut kostet 200.000 200.000.000 150.000.000 ja ist ok ich habe jetzt ein carrier bestand von 2,8 milliarden also es ist das lässt sich doch schon mal stemmen ja es sind noch mal 600 millionen ist aber ok müssen wir dann wohl mal zukaufen müssen wir wieder in das system hüpfen denn der muss da stehen und kaufen können das wird aufgeladen 4 3 2 1 sprung so und jetzt auf diesem bin ich nämlich gespannt ob das problem was ich ja gestern hatte behoben ist weil das sind ja alles so problemchen das sind ja alles nur delays ne insbesondere auf dem wo wir jetzt inkommen da aktiviere ich gleich mal wieder die werft um dann auch zu sehen ob ich mich da selber rauskicken kann es wird interessant werden schauen wir einfach mal rein ich bin ja jetzt so gesagt auf dem auf meinem fremden carrier also ich bin ja so gesagt eigentlich nur gast was ich auch nie probiert habe sollte ich eigentlich auch mal ausprobieren was passiert eigentlich wenn ich auf einem carrier bin und plötzlich wird es umgestellt auf nur noch staffelmitglieder weil die staffel auf ps ist ja was anderes wie die staffel auf pc obwohl wir eine staffel sind also unter einer fraktion kämpfen ist es doch etwas anderes also jedenfalls für frontier so 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 wie sieht es im unterschied aus das wird spannend so 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 Aha, jetzt steht er auf verlassen. Gut, gut. Das wollen wir doch jetzt mal machen. Jetzt wird es spannend. Keine Schwerkraft, Magnetkortat aktiv. Jo. Das sieht doch schon spannend aus, ne? Aber wieder sind wir bei einem Schnitt von zwölf. Das ist ja super. Also den Stecker da oben an der Decke, den will ich nicht ziehen. Ich möchte nicht wissen, wie groß der ist. Wahrscheinlich genauso groß wie mein Manneken hier. So, und beide dürften eigentlich ins selbe Ziel führen. Carrierheck. Okay. Carrierheck. Na, wenigstens gibt es hier Sicherheit. Also man muss dazu sagen, ich habe hier so ziemlich alles abgeschaltet. Ah, die Rettungskapseln, die besagten. Das sind also die besagten Rettungskapseln. So, so, so. Bevor ich hier irgendwo... Na, das sieht doch entzückend aus. Ja, und da kann man dann Platz nehmen, tatsächlich. Ja, fühlt sich bequem an, super. Ich pupse hier einfach mal so jetzt in den Sitz. Ah, ja. Und er wird auch so dargestellt, wie er aussieht. Das ist schon mal schön. Und ist auch schön gemacht. Ja, das ist für die erste Reihe. Also genügend Leute können hierher sitzen, um sich das anzugucken, ne? Aha. Da geht's dann nach oben, um das Ganze von oben auszugucken. Schön. Schöne große Scheibe hier. Ja. Interessant. 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 Ah, ja. Das ist eben das. Na, ich bin hier ja nur Gast. Ist zwar meine, aber auf der Playstation. Aber auf der Playstation, deswegen kann ich da natürlich nicht rein. Da geht's also zu Kumanobrücke. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes. Ja, gucken wir uns doch mal hier die Struktur auf dem Bildschirm an. Ja, ich hab ja alle Dienste hier so halbwegs. Abgeschaltet. Jetzt wird's aber spannend, wenn ich sie wieder aktiviere. Für angedockte Schiffe sind weitere Dienste verfügbar. Sowieso. Ja, hier geht's dann wieder zum Schiff. Ja. 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 Ich muss natürlich einen guten Platz wählen, damit man möglichst viel sehen kann. Die Tür, der weiße Streifen da ist gerade schämhaft zu erkennen. So kann man das ungefähr hinstellen. So, und jetzt geh ich mir nämlich mal auf der Playstation und aktivier mal so den ein oder anderen Dienst. Mal gucken, was da so passiert. Ich behalte euch aber im Auge, also davon ganz abgesehen, weil die Playstation geht natürlich an, übernimmt, äh, weil ich spiele auch über Fernseher, nicht am Monitor. Und die Playstation übernimmt natürlich jetzt den Fernseher, aber ich hab ja noch den Kontrollmonitor, falls ihr da, also was bei Youtube gezeigt wird. So, das, äh, Playstation-Ding wurde aktualisiert, das ist schon mal gut. Ich bin gespannt, ob da gleich sich was verändert, also dass eine Tür aufgeht oder sowas. Müsst ihr ja theoretisch. Ich werd alle Dienste einfach mal aktivieren. Mal gucken. Oder wollen wir die Dienste einzeln? Was meint ihr? Ja, komm, sieh zu. Ich hab mir den ganzen Tag Zeit. So, ähm. Oh nein. Ne, das ist jetzt völlig falsch. Jetzt hab ich was völlig Falsches gedrückt. Das ist natürlich immer so. Ich bin gespannt. Ja, ich reagiere natürlich sehr verzögert. So, alter Schwede, dauert es lange bei der Playstation, bis da überhaupt irgendwas kommt. Eine Playstation 5, das ist, äh, so radisch schnell geht die, aber nicht jetzt. So, und jetzt aktiviere ich mal alle Dienste. Mal gucken, ob sich das eine oder andere jetzt verändert gleich. So, da sind die Dienste jetzt alle wieder on air. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder umschalten auf den Fernseher, weil die Verzögerung bei YouTube ist gravierend. Also hier ist immer noch alles zu. Gut, machen wir jetzt mal folgendes aus Jux und Dollerei, gehe ich einmal zurück zum Schiff. Wir gucken mal, welche, wie die Dienste jetzt hier, ob die schon aktualisiert worden sind. Bei Dienste sollten jetzt alle an sein. Carrier-Dienste. Ja. Sind alle an. Mhm. Warum ist die Lackiererei nicht, Jan? Okay. Jetzt wird es auch interessant, denn der Fehler hier war ja da. Ich konnte ja hier, die Sachen konnte ich nicht entnehmen aus meinem Carrier. Ob mir der jetzt gehört oder nicht, ich konnte nichts machen. So, jetzt versuchen wir mal wieder alles zu kaufen. Ja, Fehler besteht nach wie vor. Warum sollte der auch weg sein? Wie der erwarten. Denn die Sachen habe ich zwar im Bestand, aber ich kann sie nicht entnehmen. Das ist sehr witzig. Gut. Wieso kann ich jetzt meinen... Wieso kann ich das Schiff jetzt nicht mehr verlassen? Es ist lustig. Man achtet drauf. Ich bin eingesperrt im Schiff. Okay. Schon mal ein schöner Pack. Gut, fahren wir nochmal an die Oberfläche. Dann fahren wir nochmal rein. Denn eben durfte ich noch. Jetzt darf ich nicht mehr. Was soll mir das sagen? Ist klar, eine Oberfläche kann ich nicht verlassen. Ist auch schon klar. Dann fahren wir nochmal runter. Du Vogel. Ich bin ausgesperrt. Muss ich das verstehen? Habe ich da irgendwas falsch eingestellt? Ich habe da ja schließlich nichts dran verändert. Da gehe ich nochmal ganz tief in mich. In das Caribe Management von der PS. Und gucke nochmal nach, wie die Einstellungen für den Adler sind. Alle. Gestattet. Also auch berüchtigt. Ist gestattet. Und es dürfen alle andocken. Okay. Okay. Womit hat das jetzt zu tun? Das ist jetzt die große Frage, ne? Das ist ja spannend. Also klappt schon mal was nicht. Warum ich mir jetzt den Zugang verhagelt habe, ist mir schleierhaft. Und weil ich eine Veränderung getroffen habe, dass ich alle wieder aktiv geschaltet habe, kann ich nicht mehr aussteigen. Spannend. Nun gut. Wir versuchen das mal auszugleichen, indem wir jetzt einfach starten und jetzt wieder neu landen. Also im Moment befinde ich mich so gesagt auf meinem fremden Carrier. Also auf meinem Playstation Account Carrier. So, und weil ich da jetzt eine Veränderung durchgeführt habe, kann ich jetzt plötzlich nicht mehr aussteigen. Spannend. So, alle Dienste sind wieder da. Jetzt fährt er natürlich unter Tage. Das soll man ja auch begehen können. Mal gucken, wie es da aussieht. Ja, eine Begehung sieht für mich anders aus. Okay. Aber ich bin unten. Und ich kann es immer noch nicht verlassen. Okay. Ich darf hier nicht mehr aussteigen. Das ist auch klasse. Dann fahren wir jetzt nochmal nach Open. Ja, also. Was ich hier auch sehe, jetzt auf dem Playstation ist natürlich, es fehlt mir der gesamte Odyssey Part. Also, ihr werdet auf einem Playstation Schiff niemals Anzüge handeln können. Das ist interessant. Weil es gibt es das, es gibt diesen Dienst gar nicht. So, jetzt habe ich alle Dienste wieder ausgesetzt. Auf der, auf der Playstation. Denn das möchte ich gern wissen. Wie verhält sich das? Ist meine Idee, die ich hatte, korrekt? Und deswegen habe ich auch noch beide Carrier behalten. Ich habe mir ja jetzt gerade erst... Entschuldigung, dass ich so heiser bin. Aber das ist dieses, diese blöde Covid-Geschichte. Ich bin ja im Moment in Quarantäne. Deswegen habe ich ja jetzt das extra auch... Ich habe mir jetzt gerade erst auf PC-Seite auch einen Carrier geholt. Weil ich gedacht habe, einen Augenblick mal. Es müsste gravierende Unterschiede nachher geben. Und die willst du ja gar nicht. Sondern wenn, dann willst du das volle Programm. Und deswegen habe ich mir auch auf PC einen Carrier gekauft, gebaut. So, und natürlich, da diese Einschränkung schon vorhanden ist, ist meine Idee absolut richtig, den Playstation-Account einzustampfen. Nö. Ich kann nicht mehr aussteigen. Ich kann nicht mehr aussteigen auf dem Carrier. Ich habe nur einmal die Dienste abgeschaltet. Also, die Dienste waren abgeschaltet. Ich habe die Dienste wieder angeschaltet. Nachdem ich ins Schiff gestiegen bin, kann ich nicht wieder aussteigen. Was? Ist, äh, ja. Ist ein tolles Programm. Na, gut. Ähm. Dann sind wir hier soweit fertig. Und ich weiß, den, den, äh, Playstation-Carrier kann ich getrost in die Tonne treten. Na, und das Geld transferiere ich natürlich durch, durch Käufe, Verkäufe, Warnkäufe, Verkäufe, transferiere ich einfach das ganze Geld auf meinen PC-Account. Weil ich brauche keinen Carrier dann mehr auf, auf Playstation, wenn er nur die Hälfte kann. So, und jetzt gucken wir uns das mal aus meiner Sicht an, dem PC-Account. Den fliegen wir jetzt einfach mal an. Und da habe ich ja dann, bin ich gespannt, wie das sich verhält, wenn ich auch dort einmal die Dienste deaktiviere und dann wieder aktiviere, ob mir dasselbe passiert, dass ich rausfliege und nicht mehr kann. Also, finde ich ein Ding. Klar, es kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt rausspringe und wieder reinspringe, dass ich dann wieder könnte. Sollte man natürlich ausprobieren. Weil ich habe dann ja jetzt die Instanz verlassen, kehre ich nochmal in die Instanz zurück. Man muss ja alles ausprobiert haben, ne? Also, wenn mir das schon beim ersten Test auffällt, dann frage ich mich ernsthaft, was die Jungs getestet haben. Aber, das wissen wir ja mittlerweile alle, das Testen bei Frontier nicht unbedingt so, wie es ist. Finde ich ein bisschen schade, dass man alles die Community testen lässt. Weil im Groben sollte es doch zumindest gehen. Hey, ich habe angefordert, du. Wie oft muss ich das noch anfordern? Das ist interessant. So, und jetzt ist es, ist es die Frage, hat das jetzt was mit der Instanz zu tun? Musste ich die Instanz einmal verlassen, damit er die, die, das Ganze, äh, auch wirklich übernimmt? Das Ganze, das Ganze, das Ganze, das Ganze, Commander. Jetzt kann ich tatsächlich wieder verlassen. Okay. Okay, so. Jetzt habe ich natürlich alles wieder abgeschaltet. Alles wieder abgeschaltet gehabt. Okay. Jetzt versuche ich nochmal das Ganze zu aktivieren. Ich glaube, ich glaube, das ist, äh... Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Aber das werden wir gleich gewahr. Also, es ist im Moment deaktiviert. Ich zeige das mal auch im Menü, im Menü, im Menü, im Menü. Ich muss mal wieder wechseln. So. Karrierdienste. Wie man sieht, die ganzen Scheiße sind deaktiviert. So. Hm. Ich liebe diese Fehlersuche Das ist so Es erstaunt mich Dass diese Dieser gerade Weg zur Fehlersuche Auch direkt zu Fehlern führt Es ist irgendwie Finde ich das so ein bisschen Peinlich Ist ja schon fremdschämt Bei mir Ja, wie gesagt Wir gucken uns gleich Das ganze mal An, wenn alles aktiviert ist Mal gucken, ob er das gleich auch dann Wahrgenommen hat So, ich habe jetzt alle Dienste Wieder aktiviert Deswegen Schalte ich jetzt mal wieder um Ja Und jetzt kann ich nicht mehr verlassen Okay Es hat was mit einer Instanz zu tun Die sagen sich Die Instanz wurde geändert Und deswegen musst du einmal raus aus der Instanz Und wieder rein in die Instanz Denn die Karrierdienste Sind jetzt wieder Da seht ihr es Aktiv Gut Springen wir einmal raus aus der Instanz Und wieder rein Und jetzt wird auch noch ein paar Einfachwerk eingefahren Das Fahrwerk eingefahren Gut, auf jeden Fall haben sie damit natürlich dafür gesorgt, dass Veränderungen nur dann übernommen werden, wenn man die Instanz neu geladen hat. Ja, das war's. Aber schön ist, dass mein Gedanke bestätigt wurde, wer PC hat. Und Playstation, da ist es natürlich so, die können unterschiedlich. So, und dann brauche ich, ich brauche nur einen Carrier, ich brauche nur einen Carrier. Mehr als ein Carrier ist nicht notwendig. Also kann ich den verschrotten. Es ist schon mal sehr schön zu wissen. Weil wenn, dann will ich natürlich, wenn ich auf meinem Carrier, auf meinem Playstation-Carrier nicht den Wert habe für die Odyssey-Spieler, dann brauche ich diesen Carrier nicht. Ist einfach so. Entweder habe ich das volle Programm oder gar keins. So, verlass mal. Also wenn mittendrin irgendwann mal was grau wird, hat der Besitzer des Carriers also die Einstellung geändert. Da kann natürlich jeder von uns mal betroffen sein von. Dann weiß er, aha, einmal rausspringen, einmal reinspringen, die Instanz muss neu geladen werden. So, und jetzt gucken wir uns den ganzen Kram nochmal an. Denn das wird sehr individuell dann alles aussehen. Logischerweise. Tiens, wir haben noch alle Tüen zu. Mehr offen ist immer noch nicht. Ich denke, die Werft soll begehbar sein. Ihr habt doch sowas gelesen, ne? Weil die Aussichtsplattform hier, die ist, das ist ja schön und gut, aber wo ist der Rest? Ich habe ja jetzt alles aktiv. Und hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass da so ein bisschen mehr ist. Und, ähm, es nischt. Äh, gut, ja. Weitere Mal. Terminal. Ausgesetzt. Das stimmt doch gar nicht. Das ist aktiv. Okay. Freunde Römerlands, Leute, es haut hinten und vorne nicht hin. Gut, das Ding wird in die Tonne getreten. Also, ähm, auf Playstation, äh, war schon absolut richtig, dass ich auf Playstation, äh, also, dass ich den Playstation Carrier dann verschrotten wollte. Das war schon die richtige Ansicht, denn das Einlösebüro ist nicht aktiv, habt ihr ja eben gesehen. Dann gehe ich also wieder ins Schiff und müsste jetzt sehen, dass kein Einlösebüro aktiv ist. Die ganzen Sachen sind deaktiviert. Ich bin noch extra rausgesprungen aus der Instanz und wieder rein. Bin ich jetzt besoffen, oder was? Ich gucke nochmal nach, auf der Playstation gerade. Dienste aktiv, ja, sind alle an. Sind alle an. Es sind alle an. Die Werft ist da, das ist alles da. Warum ist es, äh, laut Imsen hier nicht da? Äh, ich weiß schon. Ich weiß schon, warum. Na, habt ihr auch eine Ahnung, warum? Ganz einfach, wenn ich diese Frage stelle ins Forum, dann bekomme ich die Aussage, es ist ein Delay. Ich liebe das, wenn ich solche Aussagen kriege. Weil die habe ich jetzt schon mehrmals gekriegt. Es ist ein Delay. Okay, also. Also, sowas wohnt mich. So etwas wohnt mich. Als Konsolenspieler, wie gesagt, ähm, habt ihr ja gar nichts davon. Und die Konsolenspieler, Carrier, werden eben, äh, nicht den Umfang haben, den dann eventuell, ähm, Carrier von Odyssey-Spielern haben. Na, man kann gar nicht etwas gleich herstellen, so ungefähr. So. Jetzt fragen wir ihn nochmal. Was hast du, was hast du für Aktionen möglich? Alle gestattet? Ja. Gut. So. Was steht in dem, in der Beschreibung zu dem Carrier jetzt? Eigenschaften. Ausgesetzt. Ich würde mal sagen, nö. Ist nämlich alles aktiv. Es ist restlos alles aktiv. Okay. Wir arbeiten mit einem Delay. Wir arbeiten mit einem Delay. Wir brauchen das auch nicht wieder anzufliegen. Dann fliegen wir jetzt zu meinem. Wahrscheinlich dauert auch der Delay wieder mehrere Wochen. So. Welcome to Order. For a standard flight protocol. Around this Carrier. So, der gehört ja jetzt wirklich mir, ist meiner, kann ich von hier aus verwalten. So, wir gucken jetzt einfach, wie ist er eingestellt. So, da ist zum Beispiel Barkeeper, äh, gibt's noch nicht, ist klar, ne, alle Dienste on und die zusätzlichen, da hat er wieder drüber weggeblättert, finde ich lustig, das passiert immer beim ersten Mal, beim zweiten Mal, äh, jetzt, jetzt hab ich verstanden, okay, nicht zu stimmig sein, das so, diese neuen drei Dienste, nochmal 600 Millionen Tacken, die muss ich also dazu kaufen noch, ne, aber die fehlen eben, ähm, und logischerweise, äh, sie werden auch nicht zur Verfügung gestellt, automatisch. Man wird also merken, ist es ein Odyssey oder ist es kein Odyssey. Ja, ist natürlich klar, macht den Dienst noch, noch teurer. Was kostet denn der Spaß hier in der Unterhaltung? Bitte was? Fünf Millionen pro Woche. Das ist heftig. Deswegen ist auch der Unterschied zwischen meinem, obwohl ich die gleichen Dienste jetzt aktiv habe, zwischen meinem Carrier und dem Playstation Carrier ist der wöchentlichen Unterhalt, ich hab einen wöchentlichen Unterhalt auf meinem Playstation Account von knapp 24, äh, 25 Millionen, von 25,1 Millionen, einen wöchentlichen Unterhalt. Hier hab ich jetzt alles aktiv und ich hab nur 17 Millionen aktiv. Also da ist auch schon so eine Diskrepanz, ne, also zwischen, zwischen Playstation und PC besteht eine Diskrepanz beim Unterhalt. Vom Preis her. Gut. Alles klar, scheiße, ich bin weit. Und er ist in Bewegung. Das bedeutet, er wird gar nicht landen können auf dem Ding, wenn ich mich nicht irre. Weil da hat immer die Landeautomatik so ein kleines Problem mit. Also diese, ihre, ihre, dass plötzlich ein Objekt sich ganz fleißig bewegt, ist eindeutig und da. Willi! Hallo, Willi! Na? Na, das geht ja richtig schön. Was hast du denn da für einen alten Korn? Ja, der muss neu gewitschert werden. Ja, da brauchst du nix kaufen, weil man kann sowieso nicht drauf landen. Wieso kann man nicht drauf landen? Ich weiß nicht, geht. 2,16 Kilometer und fertig. Kannst du den manuell probieren, dann fliegt er davon. Und du kommst gar nicht hin und dann schaltest du wieder auf Automatik und dann fliegt er wieder auf 2,16 Kilometer Entfernung und ich würde gerne landen auf Pad 12. Aber nix ist, geht nicht. Ach so, das Problem, was ich gestern auch schon hatte. Einmal rausspringen aus der Instanz. Bitte die Instanz einmal verlassen, Willi. Da wir beide in der gleichen Instanz sind, müssen wir das beide tun. Meine Güte, und er springt wieder nicht. Es ist wieder da, super. So, ich bin raus aus der Instanz. Moment, die kommen dann. Ja, das ist, ne, und ausgerechnet sind wir beide in der gleichen Instanz, dann ist natürlich klar. Jetzt bist du ganz raus. Okay. Nein! Willi, so meine ich das nicht. Nicht raus aus dem Spiel, raus aus der Instanz. Also, die Instanzen bilden sich doch auch, die Instanzklassen hier bilden sich auch, indem du zum Carrier zum Beispiel fliehst. Er ist schon wieder in Bewegung. Nein, Willi, so meinte ich das gar nicht. Die Instanz ist, äh, in sich geschlossen, wenn du jetzt, wir beide waren jetzt beim Carrier. Das ist die Instanz. Die Instanzklasse. Also springen wir raus aus dieser Instanz. Also wir springen, so gesagt, wieder in den Hyperraum. Damit verlassen wir diese eine Instanz. So, und dann wird nämlich diese Instanz neu aufgebaut. So, ich bin jetzt, äh, fünf Kilometer vor meinem Carrier. Und fordere jetzt gerade Landerlaubnis an, ob es jetzt geht. Sieht gut aus. Ja, da muss natürlich neu gestrichen werden. Also, dass ich, dass ich mir auf PC eingeholt habe. Ich habe mir schon sowas gedacht, dass, dass da Diskrepanzen entstehen zwischen den beiden Versionen. Also, ob du, ob du einen Playstation Carrier haben wirst oder einen PC Carrier. Dass da Unterschiede drin sein werden. Und, ja, sie sind da. Also war meine Idee, den anderen dann, äh, zu holen und dieses zu löschen, äh, es war schon genau richtig. Oh, er kommt wieder nicht an, ey. Er kann nicht landen. Wieder mal. Auf zwei, auf zwei Kilometer kommt er ran und dann macht er irgendwie scheiße. Das ist, ob er nicht gestritten ist. Jo, er bewegt sich. Auf dem PC konnte ich eben, äh, auf dem Playstation konnte ich eben wunderbar landen. Ja, er hängt wieder in, in 2,9 Kilometer Entfernung ab und kommt einfach nicht ran. Zweieinhalb, zweieinhalb Kilometer, aber geht nichts vorwärts. Also, der muss sich irgendwie bewegen, dein Carrier. Ja. Ja, du kannst, äh, äh, es ist wieder diese Verlassen in den Hyperraum. Also, diese Instanz, in der wir uns gerade befinden, die des Carriers, müssen wir verlassen und in den Hyperraum gehen. Naja, gut, probieren wir es heute noch mal. Muss man aus, äh, aus dem System mal rausspringen und dann wieder rein? Nö, das sollte eigentlich so gehen. So, ich bin auch gleich draußen. Oh, er springt sogar gleich auf Anhieb. Wahnsinn. Also, dieses Problem des bewegenden Carriers, das haben sie natürlich auch noch nicht behoben. Aber sie haben ganz viel behoben. Nur nicht das, was geht. Ja, nur, dass es funktioniert, das haben sie natürlich wieder nicht behoben, oder? Genau. Ich meine, das ist ja, das ist ja doof. Heute Abend, oder was weiß ich, heute Nachmittag stürzt das hier alle auf die Carrier und wollten dann landen und steilen fest, na, das geht nicht. Das ist doch kappes. Ich muss jetzt mal Abstand nehmen vom Carrier hier. Ja, ich bin zu dicht dran. Ich krieg ja noch nie meine Drehungen. So, warte mal. Der Carrier ist in Bewegung. Nach wie vor. Ich habe keine Bewegung, aber der Carrier hat Bewegung. Ach, ist doch scheiße, ist das doch. Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Nee, 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 nee. Wenn du manuell versuchst, zu landen, dann kannst du zwar hinfliegen, aber sobald das V-Werk ausfährt, ist es endet. und du kommst gar nicht hin. Ja, ich sehe da einen Anflug gerade. Ja, er kann es vergessen. Okay, komm. Dann probieren wir was anderes aus. Er bleibt hier. Wieso liegt denn der Korn? Ja, das ist gut zu wissen, warum. Aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich breche jetzt die Landung ab. Das ist ja... Hast du den überhaupt bezahlt? Oh, stimmt. Da musste man auch noch Briefmarken für abgeben. Hast du den auch einen gebraucht, Markt? Also ich... Ich glaube, der wird gerade abgeschleppt. Ja, guck dir das an. Der entfernt sich mit einer richtig schönen Geschwindigkeit. Ist doch super. Ich gucke mir mal, ob der überhaupt eine Tiefplakette hat. Ja, es ist also Hammer. Ich komme nicht auf meinen Vogel. Nun gut. Machen wir anders. Dann treffen wir uns jetzt mal auf dem anderen. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Ich habe ja... Da steht noch ein zweiter. Der heißt am Ende aber statt PC, PC, PS. Bopfen. 4, 3, 2, 1, Sprung. Oh, gut. Das ist auch gut, Skullin. Oh, gut. Okay, Skullin. Der scheint auch bezahlt zu sein. Der scheint auch bezahlt zu sein. So, jetzt gucke ich mal eben auch nach, ob da alles... wieder aktiv ist. Ja, jetzt ist auch alles aktiv, laut Karte. Ja, der geht. Der steht ja auch. Eben. So, jetzt sind auch alle aktiv. Ja. Jetzt können wir uns ein bisschen was angucken, hoffe ich. Keine Schwerkraft, Magnet-Kotan. Das ist keine Schwerkraft. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ja, ich würde natürlich auch ganz gerne auf die Brücke gehen. Das können wir nämlich auf meinem PC-Account. Aber, äh, wenn ich nicht auf dem Ding landen kann, dann habe ich ein Problem. Okay, es ist alles aktiv für euch. Ich finde ich... Ach, bloß zwei Aufzüge. Ja. Das ist ja die Billigausführung. Ja, natürlich. Ist ja PlayStation. Ja, so. Wo bist du denn? Ja, Rettungskapsel. Ja, was ist hier los? Was kam mit den Rettungskapseln? Die Nutzung dieser Rettungskapsel bringt sie zum retten sicheren Startort. Ja, das will ich gar nicht. Nein. Äh, die, das sind ja Rettungskapseln. Sprich, wenn du das Schiff verlassen willst... Will ich gar nicht. Ja, den... Benutzt das Ding nicht. Ja gut, dann muss man wissen, wie man das wieder reinfährt. Ja. Äh, was... Leute aus Hause? Ja, klar bin ich hier. Ist das ein Wehrpflichtiger? Ja, der ist... Den... Ich weiß nicht, woher ich den habe. Okay, muss ein Flüchtlings sein. So, wo ist die Bauer? Ja, das ist eben die Frage. Die Bauer kostet extra. So. Ne, das sieht doch schon mal nett aus, oder? Ist doch gar nichts los, ja. Komm, flieg mal los. Okay, warte mal. Ich geh mal, ich geh mal nach unten. Also, Moment mal, ich muss es erst mal hinsetzen. Ja, setz dich mal hin. Du darfst zugucken. Ob du denn was wirklich siehst, das ist dann die zweite Frage. Okay. 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 Boah, ich kann ja gar nicht auf die... Ich kann ja gar nicht auf die Kommandobrücke. Ja, deswegen sag ich doch, wir müssen auf mein Schiff, also auf das PC-Teil, dann kannst du auch mit auf die Kommandobrücke. Na gut, dann setze ich mich mal hin, ja. Ich komm... Ich... Ich bring dir jetzt das Highlight des... des Schiffs, was da so an die Oberfläche fährt. Na, tut sich da oben was? Ich geh kem. Auf die Liederhörke macht sich gut hier in dem Ambiente. Und, siehst du was? Ich seh mich, ja. Okay, ich steh dich jetzt mal auf. Aha, okay. Ja, jetzt seh ich mal. Hast du das startende Schiff gesehen? Ja, ja. Aha. Ja, das will ich auch gleich bei dir mal erleben, da. Ja, ganz gut. Kommst du... Kommst du auf ein? Ja, ganz gut. Da oben im Turm seh ich dich dann. Ah, so. Warte mal, kann ich da noch dichter rangehen? Warte, warte. Äh, geh mal in die Mitte des Fensters, ob ich dich da irgendwo sehen kann. Ja, da bin ich noch Mitte vom Fenster. Ja, da seh ich von hier aus gar nichts. Kannst du von der Kameraposition aus nichts sehen. Mein Schiff ist ja auch zu groß, um da hinzufliegen. Gut. Willi applaudiert. Na. Gut. Da seh ich mich doch lieber wieder hin. Das hier ist so unstrengend. Ja, nicht, dass du... dass du mir umfällst, da. Naja, okay, ich hab meine Rollator nicht dabei. Gut. Gut, dann kannst... dann kannst du mir mal einen Gefallen tun. Okay. Und zwar, äh, komm mal zum Fahrstuhl. Der zum Hangar führt. Gibt dich natürlich physisch völlig mit, ne? Wo bist du denn? Ja, ne, die Kommandobrücke nicht. Zum Hangar. Ja. So, und dann mauerst du deinem Schiff. Du weißt ja, einer geht immer nur rein. Wegen Corona-Vorschriften. Ja, klar. Zu meinem oder zu deinem? Zu deinem. Ah, da kommt er. Da kommt der große Meister. So, dann fahr mal mit deinem Schiff an die Oberfläche. Ich will mal gucken, wie das hier sich verhält. Ob hier eine Tür zugeht oder sowas. Oder ob hier nur einfach das Ding aufklappt. Da bist du duster, sie sind im Hangar. Ja. Ein bisschen mehr Licht hätte man geben können. Ich hab aber, das ist wegen Strom sparen. Wegen Energie, weißt du ja. Die Energiepreise sind ja so gestiegen. Ich bin nur jetzt in meinem Schiff, aber... Einmal an die Oberfläche fahren. Ja, hochfahren kann ich nicht. Aber jetzt geht's erst. Ah ja, sehr schön sieht das aus. Alles klar. So, dann bleibt mal mit dem Schiff da erstmal stehen. Ich will mal ganz gerne gucken. Oder beziehungsweise kann sie einmal wieder runterfahren. Ich will mal gucken, wie das aussieht von der Brücke aus. Ach so, halt klar. Ich muss nochmal hoch. So, ich bin jetzt... Ah, da bist du. Alles klar. Okay, dann fahr ich nach unten. Ja, fahr mal nach unten. Ja, man sieht das live und in Farbe. Das ist doch schon... Sieht hübsch aus. Ja. Ja, gut. Alles klar. Also hier von der... Hier vom Deck kann man wirklich sehen, was da draußen passiert. Wie da passiert. Ja, okay. Aber es ist seltsam, wenn du die Dienste alle aktiv hast, dass da nicht mehr ist. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also... Ja, hätte ich auch erwartet. Aber das ist ja leider nicht so. Du kannst ja auch in einer Station auf die Werft gehen. Also per Pedis. Ja, ja, eben. So, und das fehlt hier. Das ist gar nicht da. Ja, ja, gut. Weil die ist nur... Ähm... Playstation... Carrier ist, oder? Äh, ich... Äh... Weiß es nicht. Ich kann ja... Ich kann ja im Moment noch nicht landen auf meinem Ding. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ich glaube, ich muss meinen... meinen Carrier in eine andere Umlaufbahn schicken. Also ich werde jetzt nochmal versuchen, auf meinem Carrier auf PC zu landen. Ansonsten schicke ich ihn in eine andere Umlaufbahn eines anderen... Sterns. Beziehungsweise Planeten. Ja, wir machen uns. Das Fahrwerk eingefahren. Chip released. Das Fahrwerk ist ja auch. Das Fahrwerk ist ja auch. Und das Start. Ähm. So. So. Ah. Nix war. Mit Autostart. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4, 3, 2... 1, 2... 1, 2, 3... 8, 1, 2, 3. Oh, es bewegt sich schon wieder. Das ist doch kacke. Oh. man sieht das schon er gleitet er gleitet davon ist ja eine große agenda darüber wie denn das alles geht nix gibt es gar nicht so ich versuche mich mal wieder anzunähern und er hängt wieder auf 2,9 er kriegt sich gerafft drei kilometer das kannst du knicken das ganze das ganze getrost in die tonne treten er kriegt sich hin abbrechen so jetzt gebe ich ihm den befehl woanders hin zu fliegen ja er rutscht schön weg das ist super ja 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 okay er ist programmiert geschätzte abreisezeit in 50 minuten jetzt haben sie die zeit hochgesetzt ich komme ja gar nicht auf meinen auf mein carrier sind entfernt sich so zügig das geht echt geil das ist ein dreck so und ich werde sie jetzt anders machen ich werde den carrier gleich in ein system lenken ich mit kampfschiff hinterher reisen schöne scheiße naja navigation karte aufrufen zack carriersprung abbrechen so jetzt suchen wir erstmal ein system wo die carrier dienste angepasst werden können weil da sind ja drei neue carrier dienste die kosten nochmal 600 millionen extra und die will ich natürlich auch haben also einige sachen die hier drin stehen sind schon mal völlig murks denn die carrier die playstation sind können es eben nicht obwohl sie die dienste haben aber sie können es nicht das kann man schon mal getrost sagen also ne äh ich weiß noch nicht ob der pc das kann oh man greift nicht an das ist ja super komm her das ist ja lustig komm her du du vogel du ja hier greift mich so ein Spezialist an ein Kampfschiff eine eine mamba greift mich an ist das nicht lieblich ja 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 so schon nicht zum eine THIS ist das Ich sehe den Zerstört. Drohne wird programmiert. Frachtgreifer ausgefahren. Drohne wird programmiert. Also das muss an deinem Carrier liegen. Ich lande gerade auf irgendeinem, was weiß ich, unbekannten. Habe ich doch gesagt. Deswegen, ich will ihn in die Nähe eines anderen Planeten bringen. Aber ich will jetzt extra auch einen ganz anderen... Und zwar suche ich gleich eine Verwaltungszone. Daten. Carrier-Verwaltung. Zack. Suchen. Ah, 39 Lichtjahre ist die nächste. Ja. Die Rettungskapseln, für was sind denn die guter? Ja. 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 Die Rettungskapseln, für was sind denn die gut? Rat mal. Fußnägel schneiden. Na nee, das ist schon klar, aber... Warum, wenn der Carrier verschwindet? Das ist, weil es keine Apex gibt. Ja, okay, dann setze ich mich da rein und dann... Es steht dran, was dann passiert. Du müsst ja nochmal nachlesen, weißt du das nicht? Du wirst dahin gebracht, wo die nächste Möglichkeit für dich besteht. Ja. Das... Komm, da stelle ich mich mal dazu. Du kannst es mal probieren, einfach. Komm, schätze mal ein bisschen lauter, ich verstehe nichts. Was verstehst du nicht? So wie üblich, aber stehen drei Typen zusammen, unterhalten sich, schaffen nichts, unterhalten sich. Ja, was hast du erwartet? So, was ist bei dem hier? Da kann man alles durchgucken. Da ist die Werft. Ne, oder? Lass mal gucken. Weihraux-Idee, ja. Muss aus Weihand sein. Verwalt dir deine Schiffe. Na, das kann ich von hier auch. Gut. Was geht auch? ... ... ... ... Das ist ja... Route nicht verfügbar. Das ist geil. Das ist geil. Es ist... Es ist so speziell heute wieder, du. Das ist... Wie ich das liebe, ey. Das ist so genial. Wirtschaftliche Route planen. Route nicht verfügbar. Ja, ja, übersicht. Mit Schweifbus schnellste Route. Route planen. Route nicht verfügbar. Okay, vorher hat er sie gemacht. Ich habe eine Route, also ist mir doch lax. Komm. Es funktioniert wieder alles so schön von hinten bis vorne überhaupt nicht. Also, wir sind wieder begeistert. Ja, also ich springe jetzt ins System Kamins. Kamins zu meinem Carrier, der da auch gleich irgendwann unter eines Tages auftauchen wird. Aber wahrscheinlich kann ich mit... Also, mit dem Rollator da jetzt hingehen. Kann ich mit dem Rollator da jetzt hingehen? Ja, aber wenn der 50 Minuten braucht. Ja, deswegen sage ich, ja. Kann ich mit dem Rollator da hingehen? Aha. Also, in welche... Wo ist das? Kamins. Bei Zwischen? Kamins. Kamins? Mhm. K. Guck mal bei meinem Carrier einfach nach. Da steht ja dran, wo die Route hingeht. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Oder? Kamins. Du siehst gleich, wo ich bin. Ich sehe gar nichts. Oben. Kamins. Ich sehe gar nichts. Noch bin ich in... Jetzt springe ich gerade wieder in den nächsten Sektor. Bin gleich da. Ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Und das ist ein Carrier-Dienst. In dem System. Deswegen denke ich, da werden ganz, ganz viele Carrier sein. Ich bin gestern auch an einem System vorbeigekommen. Ich glaube, da waren 200 Carrier. Ja. Ich schätze mal alles aber. So, ich komme gerade an. Ich bin da! Und warum sind hier keine Carrier? Doch einer ist hier. Das ist ja unglaublich. Flugplattform 1 heißt er. Ich glaube, das ist ein Deutscher. Ich glaube es aber nur. Ja, also es gibt ja einige Systeme, da kannst du halt die nur kaufen. Das sind ja nur 15. Das sind 15 Systeme, wo du das kaufen kannst, glaube ich. Den Carrier. Und da ist es natürlich völlig überlaufen. Es stehen natürlich Carrier ohne Ende. So, und die Dienste, das sind irgendwie 100 und Systeme, wo Dienste angeboten werden. Deswegen einige Systeme sind natürlich überlaufen, weil alle die benutzen. Und andere Systeme, die haben manche gar nicht auf der Reihe. Och, was macht er denn schon wieder? Ich habe schon wieder Steuerungsprobleme. Ich kann nicht regeln. Ich kann nicht regeln. Was ist hier los? Moment, da habe ich den falschen Flieger her. Na, jetzt kann er ich wieder. Och, Mann, ey. Das ist auch so eine Sache. Das ist, äh... Die gemeldeten Fehler, die ich habe, das ist echt... Liest sich wie Toilettenpapier mittlerweile. Die Tickets, die ich offen habe. Aber das interessiert die nicht, die Bohne. Naja, das sind ja auch keine... Probleme, die eigentlich alle betreffen. Also, es sind ja nur meine Probleme, ne? Nur witzigerweise sind die irgendwie wie eine Ohrfeige. Die schlagen einen direkt in die Fresse. Ich habe den Ziel da drauf gesetzt gehabt, du Nase. Och, jetzt geht er schon wieder... Jetzt hat er schon wieder Probleme mit der Steuerung. Alter, Falter, ey. Naja, irgendwann werden sie ja alle Probleme bereinigt haben. Es ist so, ähm... Naja, es ist fast wie mit unserer Bundesregierung und den... Na, ab Unabhängigkeit, der vom... vom... russischen Öl 2027, ey. Was für ein Buller. Den finde ich einfach nur zu gut, die Aussage, echt. Ja, da habe ich es gut, äh. Wir wohnen ja, ähm, direkt neben dem Restaurant. Das heißt Pferdehof. Ich habe zwar keine Pferde gesehen, aber... Ne, die habt ihr ja schon alle gegessen. Ja. Ja, das ist vielleicht die Alternative. Das braucht ja auch so ein Pferd, das ist... Das braucht ja gar nicht aufladen, braucht kein Benzin, kein Gas, kein gar nichts. Bisschen Hoffa, mein Gott. Bisschen nicht die Alternative. Okay. Ja. Und... Sowas von grün. Und sowas, ja. Na, obwohl... Da hast du was... Da... Da musst du noch einen Katalysator anbauen wegen dem Klimawandel. Ja, gut. Hahaha. Ne? Ja, wehe. Das Pferd pupst einmal, du. Das hat eine schlechtere Bilanz wie so ein Auto. Ja, gut. Das Pferd kriegt sonst so die Windeln mit Filter umgeschnallt. Das geht schon. Die Pferdeäpfel werden so auf... So aufgelesen wie jetzt momentan die Hundekacke. Also, was willst du denn? Da bist du voll dabei. Voll grün. Ja, es stimmt. Bei der Hundekacke hast du eine kleine schwarze Tasche. Und, äh, bei... Bei dem Pferd hast du dann so einen Aldi-Sack dabei, du. Hahaha. So eine Ikea-Tasche. Hahaha. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir einen Bruch gehoben bei einer Kacke von meinem Pferd. Das ist eine tolle Idee. So, wo... Wann kommt denn... Äh, in welcher Woche können wir dann damit rechnen, dass der Carrier hier ist? Also, es dauert nur noch, es dauert nur noch, äh, die Landeplatzabriegelung findet in 37 Minuten statt. Ne? In, äh... Zirka... Dieses jetzt so verlängert, das macht doch auch keinen Sinn. Du, ich glaube nicht, dass die das verlängert haben. Ich glaube nicht, dass die das verlängert haben. Ich glaube eher, das ist gar nicht gewollt. Ach du... Ach du... Ich geh da nochmal drauf ein, äh... Wo war das? Äh... Dienste... Ähm... Haupthalle. Hangarlobby. Ne? Ein Kommandodeck. Moment, auf welchem Carrier bist du denn? Ne, 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 ich bin jetzt, äh, ähm... Hier in der Beschreibung von, von dem, was alles kommen soll. Also, in den Patchnotes. Bin ich jetzt gerade auf YouTube. Ich meine, mit deinem Schiefer, bei dem Carrier bist du, oder wo? Ich bin gar nicht auf einem Carrier. Ich warte jetzt in dem System, dass meine Kiste dann endlich eingetrudelt kommt. Ja, lustig finde ich was anderes. Also, es ist... Unter aller Nase ist es. Unter aller Nase. So, ähm... Ein Kommandodeck mit zusätzlichem Bereich für den Besitzer und für seine Flügel. Ne, ähm... Sitzbereich für sichere Carrier-Fleetsprünge. Okay. Haben wir gesehen. Der ist unterhalb der Brücke. Genau. Und jetzt kommt's. Optionale Bereiche und Dienstleistungen. Ähm... Optional, ne? Und dann steht er ganz unten bei... Werftzugangspunkt im Werft-Service enthalten. Und den hab ich eben gesucht. Ich hab ihn nicht gefunden. Ähm... Weil den konnte ich nicht zu Fuß begeben. Also, äh... Ne? Äh... Und das ist ja immer das, was ich... Was ich ja immer auch... Auch... So ein bisschen bemängel. Sie schreiben da was rein. Und... Haben die das wirklich mal ausprobiert. Also bei dem, wo ich grad vorhin war auf dem Carrier-Fleetsprünge, da konntest du zu dem Berg, äh... Werft-Zugangspunkt laufen. Da sind dann Terminals, da kannst du hier reingucken und dann erscheint da deine... Deine Schiffe sind dort und dort oder hier und... Ah, ja. Super. Ne? Das gab's schon. Ja. Aber nicht auf diesem, äh... Weg. Ne? Und das... Das finde ich immer wieder... Putzig und wutzig. Na, ich muss hier noch 40 Minuten rumsitzen, bis mein... Bis mein Carrier da ist. Ey. Geht mir gar... Geht... Das geht mir richtig gegen Strich, du. Dann fliege ich mal zu dem Carrier, der hier steht. Auf diesem... Young... 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 Ja. Ja. Ja, okay. Dann ziehe ich aber noch deinen Carrier und ich werde ja fliegt nicht, der kommt. Ne. Deswegen... Ich fliege mal zur Flugplattform und gucke mir den an. Wie der so aussieht. Weil ich krieg's bei meinen eigenen nicht eingestellt. Hahaha. Wie geil ist das denn? So, nach dem Motto, du darfst dir die anderen angucken, aber dein eigenes funktioniert nicht? Ja. Das ist, äh... Ich muss eben auch für kleine... Jungs. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Mach mal den Ton noch aus, sonst hörst du dich wieder selber. Ja, das wär gut. Äh... Moment mal. Wo ist mein... Ach, jetzt weiß ich auch warum der... Der mich angegriffen hat. Ich hab ja noch irgendwas an Bord, ne. Ja, klar. Na ja, hat man wenigstens ein bisschen Abwechslung, ne. Hallo? Ja, ich hör dich. Ah ja. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ich hab das Ton-Ausstellen auf eine Tastik gelegt, da. Und das funktioniert auch wie gestor... also wie geschnitten Brot, oder was? Ja. Ich mach's jetzt mal. Ja. Ich mach's jetzt mal. so einen anderen Carry an. Weil, äh... Wenn's auf dem eigentlich nicht klappt... Das ist schon... Das ist schon... Äh... Wieder so ein... Tolles Armutszeugen. Ist echt... Ist... Find ich so richtig berauschend. Darf man überhaupt auf dem landen? Das werd ich ja auch gleich gewahr. Naja, er hat schon mal... So ein bisschen... Kodiert hat er den Vogel ja schon mal. Ähm... Okay, landen darf ich auch. Das freut mich doch. Das ist ja mehr Ton-in-Ton hier. Ist ja mehr Ton in Ton hier. So, dann werden wir gleich gewahr, ob das jetzt n... Pfff... So, dann werden wir gleich gewahr, ob das jetzt n... Ich darf auch aussteigen. Das ist schon mal viel wert. Sehr schön. Gucken wir uns erstmal einen Fremden an. So lange wir warten müssen müssen, wenn mein eigener da ist. Keine Schwerkraft. Magnetkontakt aktiv. Achso. Jetzt hab ich gar nicht nach den Diensten geguckt. Na, kann ich ja gleich im Foyer machen. Aber auch wieder äh... Bildrate für den Arsch. Das hier finde ich zum Beispiel ganz hübsch. So, dass es sich wirklich... Dass es sich wirklich... Also, dass es den Carrier darstellt, der es auch ist. Nix. So, hier ist keine Tür offen. Nix. Verfügbare Dienste. Carrierübersicht. So, so, so. Ja. Also, irgendwie würde ich sagen, ist alles... deaktiviert dann müssen wir doch mal in die die andere darstellung gehen gucken was hier denn so alles aktiv ist oder nicht oder überhaupt ausgesetzt werft ausstattung selbst lackiererei ist aus okay okay nicht schön aber selten ja also auch hier haben wir nichts keiner der sich unterhält heute mal schade man kann da nicht richtig rüber gucken keine offenen türen nix es ist nur wieder der ganz normale dienst am kunden hier so dafür werden wir gleich aber mal die dinge ausprobieren da oben ist natürlich der brückenbereich da darf die us nur ein ich bin nicht mit dem handy du vogel wenn wir was anderes machen wir benutzen nämlich mal die rettungskapsel so mal gucken wie das aussieht ich hätte jetzt also so eine startende rettungskapsel gesehen gedacht dass da was kommt oder das ist jetzt okay das ist ja ein bisschen sparsam sag ich mal so ne jetzt bin ich also wirklich mehr als enttäuscht das ist also das highlight rettungskapsel starten dich blenden wir mal aus nutze aus diesen auf diesen kanal ausblenden so das sind wir unsere netten russischen porno einträge die wir hier kriegen hier unterliegt auch einem boykott zack aber sowieso von haus aus so jetzt stehe ich auf der station und mein schiff ist wo wo wird mein schiff angezeigt das ist jetzt auch die frage da ist mein schiff ja mein schiff wird noch auf ihm angezeigt ich bin auf der station also das war sehr unspektakulär also da hätte ich jetzt mehr erwartet da hätte ich wirklich mehr erwartet das ist richtig schön für den arsch ich bin da falls die hilfe benötigen wir führen eine große palette an schiffen nach was suchen sie keine eile ja dann gib mir doch mal zum einen kannst du mir mal die barracuda her schicken so die ist in elf minuten da und zum anderen kannst du mir mal meinen vogel hierher schicken wo ist er lokale schiffseinlagerung 1 wieso habe ich hier 1 das wäre mir neu dass ich hier 1 ich habe eigentlich keins aber das muss ich nicht verstehen das ist ich habe mir vergnügen guten flug mei oh mei also es ist habe ich noch irgendwas an organischen daten organische daten mal sehen was sie uns heute zu bieten haben nö danke wir sind immer bestrebt mehr über das leben im alb bitte kommen sie wieder wenn sie mehr organische daten haben also ich bin sehr enttäuscht wenn sie nach jemandem muss auf alles vorbereitet sein naja das hat ja schon schon wieder mal schön nicht geklappt nehmen sie sich zeit so der hat ins normalen da ist nix was einem vermocker haut ja selbst das ist oh mein gott wo hast du das denn wieder herstuhl kleine hase eine schöne tasche ja da kannst du ja die ganzen spielsachen rein machen nur schokolade kommt da rein ja so oh ein überraschung sei ja also willi bist du da ja ich bin da also ich bin sowas von enttäuscht ich habe jetzt also ich bin ja in diesem system und warte ja im endeffekt auf meinen ja ja und dachte dann mal oh dann verwendest du mal die Rettungskapsel alles was schön ist an der Rettungskapsel ist wie sie aus der Wand kommt das ist das schönste wie die Rettungskapsel aus der Wand fährt das ist das 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 ist das Highlight an der Rettungskapsel ansonsten ist der Rest unspektakulär du wärst nämlich einfach auf eine Station gebeamt ne Bild geht weg und dann denke ich noch kommt jetzt eine Animation wie die Rettungskapsel so vom Schiff gestartet wird oder so ne da kommt gar nix gar nix ja wo ist denn wo hast du die Rettungskapsel her also wenn du auf einem Carrier bist dann hast du doch immer Rettungskapsel ja ok klar ja und ich habe so auf einem Carrier eine Rettungskapsel benutzt so und wo ist mein Schiff mein Schiff ist natürlich da wo die wo der Carrier ist ne also er verbleibt da ist ja auch ok ne und man wird zur nächsten Station katapultiert aber äh du wachst einfach äh das Licht der Welt erblickst du so gesagt vorm Fahrstuhl ganz toll man sieht nicht wie die Rettungskapsel von Carrier weggebeamt wird oder weggeschossen wird oder was weiß ich ah du hast also Bavaria haut drauf oh ok ok Achtung Willi kommt der ist schon da ja du bist schon da aber ich sehe dich ja nicht ach so ich stehe ja in der Lobby das soll die raussteigen ja und wie wie kommst du jetzt an dein Schiff wieder musst du es kommen lassen oder wie ich muss es kommen lassen ja ah ok also nicht nur mein 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 Carrier kommt sondern auch mein mein Rest alles kommt alles alles klappt nicht das ist toll ja ja genau der Carrier steht gegenüber und das dauert 50 Minuten so ungefähr es ist wirklich berauschend Carrier ok ich kann meinen Carrier von hier aus verwalten das ist schon mal gut und was sagt er mir wie lange braucht er jetzt noch eine Woche 16 also 19 in 19 Minuten und 30 Sekunden ist er da 16 Sekunden 16 Minuten ist die Abriegelung es ist schön aber kann ja eh keine Sau drauf landen im Sonnensystem an der Sonne irgendwo du bist ja schon wieder mit Blindenbrille unterwegs ja ist ja heute immer so hell hier hallo Leute ja ein Interview mit Opa vorsichtig gell ich darf das ich darf das was hab ich denn alles drauf naja du bist das das hab ich nicht salutieren kannst du auch ja ich kann sogar zählen na das kann ich nicht was ich hab nur 4 Sachen drauf echt winkeln klatschen zeigen vielleicht ok und natürlich salutieren schließlich hab ich gedient wo denn bei der Marine mitten in den Bergen bei der Marine warst du ja ich war bei der äh mitten mitten in den Bergen bei der Marine genau bei den ich war bei den Gebirgsschwimmern Gebirgsschwimmern ja ich war beim Heer im 2. 2. Chor im 2. Weltkrieg Gebirgsschwimmern und und naja klar falscher Jäger ja ich äh tritt niemals auf einen grünen Stein denn es könnte ein Granny sein das war unser Wahlspruch jetzt stets ja wir können ja sonst wir können ja sonst hier irgendwie eine Bodenmission so lange spielen ja jetzt wollen wir ne 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 man müsste doch ist hier nicht irgendein auch was zum sitzen ja doch man müsste sich doch hinsetzen können oder nein sitzen kannst du nur auf dem Carrier hier kannst du nicht sitzen ne ja logisch wo bist du da aber an der Bar sind gar keine Hockerfreiheit doch da hinten ach so du bist oben bei der Bar ja logisch Wahnsinn hier kannst du jetzt sogar sitzen ja aber ich kann nichts bestellen tatsächlich ich setze mich mal hin das sieht gleich ganz anders aus also das ist das ist ja wie wie salutieren oder zeigen das ist also sowas von hochgradig jetzt fragt ihr mich was kann er mir anbieten und und jetzt will ich was bestellen jetzt guckt direkt der Penner hier können sie ihre Sachen loswerfen da verfolge ich nicht aktiv ja was was kann er denn immer noch selbe verkaufen ja ist immer selbe wenn sie bereit hinsetzen hätte ich da was für sie aber die animation also zum wenn sich jemand hinsetzt ist ganz gut gemocht kann man nicht meckern ja Wahnsinn ne also dass sie das hingekriegt haben finde ich schon also es ist ja eine reife leistung ohne absturz also du musst nicht nochmal extra ich bin ich bin von auswärts deswegen fragt nicht die ganze Zeit bring was fragt er nicht was also mich fragt er nichts du bist zu weiß weg naja naja gut bist nicht mein Typ naja du siehst cool aus in deiner jacke also das muss man sagen dein outfit dein outfit ist mega cool das ist also das sag ich nur dir das ist Penisleder vom galaktischen Nilpferd ah ok ja ich setz mich auch ich setz mich jetzt mal hier hin ja da gucken wir mal die 2 volle Inferno haben ja mein Anzug ist Mund geklöppelt ja die animation aufstehen und hinsetzen ist ganz gut kann man nicht meckern ja stimme auf ja tatsächlich mensch mensch du brauchst nicht mal ne geh hilfe mensch ja wahnsinn ja also ganz toll und hingekriegt ohne ohne absturz das ist wahnsinn das ist echt wahnsinn ohne dass du den Boden verschwindest oder sonst wo ja ja guck mal mal den hier an dem platz noch da ja das sieht auch gut aus das aufsteigen auf dem bock das sieht auch sehr schön aus ja auch das absteigen sieht sehr gekonnt aus auf dem auf dem Schemel das muss man wirklich sagen in VR auf jeden Fall und eine große Wand ja das ist klar Mahort ist auch da ja Grüße ja wir 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 mokieren uns hier über das Ganze das es ist einfach nur noch Sarkasmus den man hier ausstrahlt also mein PS Carrier wird verschrottet weil ich kann nicht im gesamten Umfang den nutzen und er sieht auch nicht so nett aus das was beim Carrier eines PC Commanders fehlt einfach insofern aber wenn der Carrier dann eines Tages hier ankommt so so in 20 Minuten guck mal die pennen hier alle was läuft der denn da aus dem Mund ist das sabber er knackt da auch die warten schon länger weißt du warum man das erkennt an den Spinnweben bei den Schuhen ich sitze jetzt gerade neben zwei denen ist anscheinend unbequem haben ein Problem mit dem Hintern oder wie ja bleib doch mal ruhig sitzen Kollege wo bist du denn da beim Genomics Genomics Ach da du musst den zweiten mal zugucken hier Synchrontanzen Mon geht doch zum Doktor in Heimel Wiedel Abend herzlich schlafen ich glaube ich früh schnell zu hallucinieren gut es ist geil also es ist also es erweitert das Spiel jetzt so wirklich richtig doll das hinsetzen es funktioniert ja auch also es Wahnsinn so so also mein erstes Schiff ist schon mal da ja versuchts mal tschüss nacken alle die sabbert auch soll ich aufmachen warte mal ich muss mal mein töchterchen hier wieder was aufmachen wie geht zum tschüss die hat ganz einfach weggesteckt ein Tag Fieber und dann gut also die lüte ist quietsch wie die ja nur opa ist wieder der sterbende schwan so wie lange braucht noch mein zuckerhut bis er hier ist also wie gesagt so was von entsetzt war ich wie das mit dem mit dem mit der rettungskapsel funktioniert also ich hab echt mehr erwartet ein bisschen animation vielleicht oder sowas aber da kommt ja gar nix naja gut mit animation haben sie's nicht ne bloß nicht na könnt ihr auch ein bisschen was machen beim beim Schiff aussteigen oder irgendwas aber da beamt sich auch gleich raus na nach 8 minuten ist er da ja dann zieh mich nochmal hin also wie du so schnell wie ein blitz durch den raum hot ist das sieht auch schon nicht schlecht aus deswegen läufst du so schnell du hast aber auch unruhige die zeiten dann sitzen jetzt mal gucken was macht der da drüben hier setze mich mal hier hin der tippt ja auf sein petrum und kannst du mitlesen ja olli olli servus ja das update ist schon durch und also ich bin ich bin sowas von entsetzt also ich kam nicht mehr auf meinen carrier und das was ich gedacht habe ist absolut eingetreten der playstation carrier hat andere funktionen und andere räumlichkeiten wie der pc carrier ich bin so ein bisschen entsetzt also kann man sich getrost von der backe kratzen wenn man carrier hat dann den richtigen auf pc halt es gibt auch neue dienste ich zeige dir mal eben komm mal an so und zwar wenn ich hier reingehe in die carrier verwaltung dann tauchen hier du bist schon auf dem träger ja dann dann hast du ja schon gesehen dass es da den barkeeper und sonstiges noch zusätzlich gibt aber die dienste musst du erst einrichten also beziehungsweise dir erkaufen und ich bin jetzt dabei nicht wundern dein carrier braucht 40 minuten oder beziehungsweise 50 minuten um ins nächste system zu springen das dauert jetzt etwas länger ja warum wir wissen es nicht wahrscheinlich weil die weil die sich die die leute sollen sich noch socken anziehen bevor der startet oder sowas ich weiß es nicht ich weiß es nicht so habe ich hier Post gekriegt was für eine Post habe ich da gekriegt Telekom ordentlich Hauptversammlung was hast du denn noch wieder geschenk gekriegt es ist ein spitz sag mal ja so soll das aussehen da müssen fertig super hier dein zettel so ja auf jeden fall gibt es dann hier und das kostet 600 millionen extra ja so oft springt man nicht das stimmt also jetzt dauert alles noch etwas länger dadurch dass du jedes mal eine Stunde warten musst weil du hast ja immer dann auch noch die abklingende Zeit bevor du irgendwas neues machen kannst also ja es wird schon spannend wo vorher hast du 20 minuten geraucht für einen sprung konntest also mindestens 3 sprünge machen in der Stunde es waren dann 1500 lichtjahre wenn nicht ganz so und das jetzt ist jo genau das ist vollkommen durchdacht vollkommen durchdacht aber du wirst es kaum glauben was super funktioniert ist das hinsetzen da drüben haben wir unseren kandidaten er sitzt dann neben der eingeschlafenen minna also das aufstehen hey 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 du kannst ja hüpfen was machst du da gerade was war das denn was hüpft du da rum das sieht ja heiß aus du hervorragend hast du schon die die Rettungskapsel ausprobiert Olli musst du unbedingt machen ist Wahnsinn keine Animation also die Animation beläuft sich darauf es fährt aus der Wand das sieht super aus und der Rest ist so unnütz wie nur irgendwas also du wirst dann auf eine Station gebeamt stehst dann plötzlich vor den Fahrstühlen keine Animation nichts dazwischen irgendwie das sieht ganz toll aus super haut mich nicht vom Hocker muss ich ernsthaft gestehen meinst du ich soll jemand aufwirken da ja einfach mal das Telefon an zu halten so geben Sie Bescheid wenn Sie Hilfe benötigen wir führen eine große Palette an Schiffen bei Fragen können Sie sich an mich wenden mein Flieger sollte eigentlich jetzt auch da sein derzeitiger Standort genau dieses Schiff nutzen wo passen Sie auf sich auf Kommandant wo gehst du mit ja ich hab ich hab mir jetzt auch die crate kommen lassen mein Carry ist noch nicht da ach so Carrier wie lange brauchst du noch Anfrage an den Carrier Carrier sagt so ein bis zwei Wochen in 45 Sekunden ist er da ja dann müssen wir müssen wir ganz schnell an Bord des Schiffs gehen weil mit der crate zu fliegen ist doch gleich eine andere Nummer ist einfach ein schönes Schiff ja ich mag das gern zum kämpfen auch ja außerdem für VR super super Ding sag ich super Sache bis also insofern alles gut ich habe hier Türme bis der Arzt kommt naja gut kann ich dann mal wenn ich da auch oh mein Carrier scheint da zu sein ich habe eine eingehende Nachricht bekommen also das mit den Meldungen über Carrier ist jetzt auch da also die Rettungskapsel schön ja Columbus hallo ähm dir auch schönen Nachmittag die Rettungskapsel ist klar da es keinen Apex gibt und die Jungs dich natürlich zum Arsch der Welt fliegen können wo du mit deinem Schiff nicht wieder weg kannst bringt dich dann die Rettungskapsel zu einer Station wo du dann wiederum aktionsmäßig was tun kannst wohingegen du das auf dem Carrier natürlich nicht kannst weil der ja hinspringen kann wo er will und dich so gesagt ins Nirvana schicken könnte also die Einrichtung der Rettungskapsel macht schon Sinn ja das sowieso dass du da neue Dienste nicht aktivieren kannst das war ja so klar wie nur Klosbrühe oder so wo ist jetzt mein was war das jetzt es war das mahot oh seven ja hallo warte mal da muss ich jetzt erstmal unseren ollie in team einladen komm her hot in team einladen alle werden eingeladen hier dann können wir auch miteinander sprechen ja dein dein schiff bleibt auch auf dem carrier aber stell dir vor der springt der springt der kann ja in den außenbereich springen und du bist dann irgendwie 300 lichtjahre vom nächsten planeten entfernt und könntest mit deinem schiff könntest du gar nie wieder von dem carrier runter weil du gar nicht diese reichweite hast entschuldige kolumbus das ist nett naja so deutlich wurde das von der fd nicht kommuniziert ganz ehrlich was wird denn deutlich von fd kommuniziert gar nichts ja also ganz ehrlich es ist also die rettungskapsel die macht sinn aber ganz ehrlich die rettungskapsel einfach nur irgendwo hin die hätten sich ruhig eine nette animation einfallen lassen können dass das wirklich nochmal so so ein highlight ist das auch mal zu benutzen aber nee das ist kein highlight das ist einfach nur okay gut ich weiß es jetzt so jetzt muss ich unseren willie befriedigen hier sekunde sekunde die mehrfach geschütze ja wir sind ja sowieso so theoretisch ist alles fertig ach so das kann das kann sein dass der typ des turms den ich eingebaut habe gar nicht für die fähigkeit ja er ist nicht multigrew fähig nein nicht alle türme sind multigrew fähig das ist so nicht richtig wo sind sie das steht ja immer dabei salvenlaser da steht es hier so nicht drin und zwar wenn du die sachen nämlich kaufst dann siehst du eine multigrew fähigkeit so und dann gibt es gibt es die sachen gibt es einmal multigrew fähig teilweise und dann nochmal ohne aber auch mit bestimmten grüßen musst du nicht beim beim schiff geschützt turmmodus hast du eingestellt nur zielen ja muss man das nicht verändern warte mal ich probiere es mal aus im moment ist nur zielen ja okay automatisch vorne weg feuern habe ich jetzt eingestellt naja du musst auf was zielen ja ich kann die gar nicht ne weil nix da ist da ist ja nix wo du zielen kannst ja ne bei mir ist alles rot angezeigt ich kann gar nix ja ist ja kein Ziel da es ist kein Ziel da nein das ist egal okay rot ist rot es ist nicht aktiviert das heißt auch bei mir wird von wird von anderer crew verwendet die gesamten so probiere es jetzt noch mal aus jetzt wird gar nichts mehr verwendet und ich habe kauf kampf geschaltet ja heißt immer noch feuergruppen wird von anderer crew verwendet warte mal dann mache ich das so sekunde jetzt habe ich alles nur ich habe bei mir jetzt alles auf daten geschaltet ich habe ich habe jetzt eine feuergruppe gewählt die keine waffen so und wenn ich in die feuergruppen gucke b ist es rein werkzeuge ist keine einzige waffe drauf also ich bin jetzt auf auf werkzeug geschaltet komplett ich verwende jetzt b deswegen ja frag mich nicht frag mich nicht wir fliegen jetzt mal zu unserem unserem komischen clip im schiffsmenü für multi crew freischalten da hat Sven gerade etwas schönes geschrieben das gucken wir doch gleich mal schiff multi crew crew voll aktiviert also bei mir ist alles aktiviert oder wo meinst du ja ich bin jetzt im schiffsmenü so und hier ist es ja hier ist crew crew service nutzung aktiviert so crew fighter aktiviert äh gunner gunner voll also mehr mehr geht nicht nee das war vorher schon geschaltet eben deswegen das war vorher so eingestellt und das bleibt auch so eingestellt also weil äh sonst sonst macht es für mich keinen 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 muß jemanden mitzunehmen deswegen habe ich meine alle meine schiffe so eingestellt ne weil wer mitfliegt der soll sich auch vergnügen dürfen aber äh irgendwie äh ja sechs sätzen aber ist ein neues feature ist ein neues feature so muss man das einfach werden da haben wir alle keine ahnung von ja wahrscheinlich traust du mir das nicht zu dass ich was treffe gibst du zu ah ok dann gebe ich es mal zu fühlst dich jetzt besser dabei bin ich der Schütze 1A man könnte ich jetzt ballern also Sven Sven sagt äh der Kollege muss auch die Kanonierrolle annehmen im im Dreiermenü der Kollege muss die Kanonierrolle annehmen was für ein Dreiermenü bitte so ähnlich wie in einem Fighter zu steigen also ganz unten guck mal geh mal in deine Füße ok bist du da drin ich 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 geh mal raus aus dem Hyperraum langsam langsam bin doch schon dabei ja ich geh mal raus aus dem Hyperraum weil nur wenn ich raus bin aus dem Hyperraum kannst du ja auch die Waffen benutzen ja so aus Jux und Dollerei ja ja Sven sag das doch gleich guckst du der einzige der sich auskennt ist Sven äh Sven ne äh du du äh ganz ehrlich ich 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 hab viele Sachen auch da nicht alle so alle auf dem Haufen irgendwann mal ausprobiert und dann war's das ne ja äh woher kriegen wir jetzt ein Ziel also du bist aber auch anspruchsvoll kann das sein äh muss ich ja Moment mal äh warte mal wir wir haben ja Ladung an Bord haben wir Ladung ne Inventar Heinz ja bin ich jetzt für Olli Türme zuständig du ich bin so ein bisschen entsetzt wo ist mein Inventar geblieben was wo mein Inventar geblieben ist äh lustig ne äh ganz ehrlich da waren ja auch noch äh 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 was war das 47 Lithium dabei wo ist das ne ne das das ist das mit der Rettungskapsel hängt das zusammen das ist ja auch nett also was du dann an Bord gehabt hast ist alles weg oder was das ist ja auch nett das haben sie ja nett gemacht das ist ja ganz toll keine Drohnen mehr an Bord und äh das ist super ja ja gut dann äh fliege ich jetzt erstmal zum zum Calcutta vielleicht vielleicht kommt weil wir haben nichts dabei äh sind wir auch für Piraten irgendwie nicht unbedingt diejenigen welche sonst kann ich ja mal eben gucken ob wir irgendwo in der Nähe irgendwas haben noch unterwegs ein Signal was uns jemanden anpinkeln lässt aber ich bezweifle das im Moment irgendwie so also hier sind auch keine keine bösen Watze irgendwie ach jetzt kann ich sogar selber einstellen ähm mit was ich feuern will ja was alles plötzlich geht ne warum kommt kein Dropout was soll das es funktioniert gerade wieder gar nichts aber Sven super also herzlichen Dank sollte ich mal irgendwann einen Carry haben lasse ich hier auf ein Bier ein oder was heißt ein zum Kosten achso du musst du musst die Feuer äh Sven schreibt auch du musst die Feuergruppen noch belegen hab ich schon hab ich schon jetzt komme ich bloß noch ein Ziel ja gleich kriegst du ein ganz großes aber wenn du das machst bist du tot sollte ich mal die sollte ich mal die Waffen ausfahren nö lass mal stecken oh die wäre doch so schön zu greifen ja ist kein Wunder es liegt wahrscheinlich an der Größe 6.000 Tonnen Biomüll liefern wo kommt das denn jetzt plötzlich her oh ja ich hab gerade mal nicht aufgepasst ich habe Glück dass die Hülle gehalten hat ja ich hab die Watte vergessen ich versuch's nochmal ja das das Minern das Minern also mit zwei Schiffen zum Beispiel ist besser als wenn du das in der Multicrew machst denn das das in der Multicrew ist nicht so effektiv wie zwei Schiffe weil der Witz ist ja beim wenn du zwei Schiffe hast dann sehen beide unterschiedliche Einstellungen denn beide haben den äh Meteor mit 100% und können ihn gleichzeitig ausbeuten das ist Wahnsinn wie viel du da rausholst aus einem Meteor aus einem Asteroiden so und jetzt kommt Wasserlasttest jetzt gehen wir mal raus jetzt gucken wir uns das ganze hier an jetzt können wir nämlich auch die Brücke betreten gemeinsam jetzt wird's richtig interessant hier noch nicht die muss ich ja jetzt deswegen bin ich ja zu in dieses System gesprungen damit ich die Dienste auch aktivieren kann gut also schön äh das haut verhagelt mir so richtig den also die die äh jetzt hier guckst du jetzt das ist es nämlich und diesen Raum habe ich als Playstation Carrier nicht bekommen als PC ja okay ich habe zum Beispiel einen Fighter da unten steht so ein netter Fighter ja nun gehen wir runter da mach mal das ist so gesagt hier ein Werftbildschirm mal gucken ah okay das haben sie auch hübsch gemacht ja wunderbar finde ich sehr gut weil das ist das gleiche okay das sieht ja schon mal gut aus okay hier sind noch mehr Türen und keiner weiß wozu so dann haben wir hier noch ja du kommst nicht mit hahaha ich habe Mühe 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 da geht ja immer nur einer in den Fahrstuhl also insofern du sollst hier nicht mit deinem Tablet spielen du sollst fliegen du ja du sollst hier nicht mit deinem Tablet spielen Vogel die Käpt'n ist an Bord ich will salutieren sehen hier ich komme hier nicht wieder raus ich hänge fest ah jetzt ja du stehst hier nur rum ich komme die Treppe nicht hoch was ist denn das hier für ein Scheiß da ist er mal ach da wieso wieso kann ich mich jetzt noch nicht hinsetzen weil das der Chefsessel ist hallo du redest gerade mit Gott das kann ja nicht angehen pass mal auf ich gehe durch dich durch du oh oh guck mal hier geht es noch weiter du hier oben geht es noch weiter hier gibt es noch mehr na das ist die Lounge das ist die Lounge dann für die erste Klasse für die Staffel oder für das Geschwader das Carrier Management ist okay ja gut so jetzt wollen wir doch mal die anderen Dienste auch noch aktivieren wohin mit dem Geld weg mit dem Schmutz so wir müssen alles haben wir wollen das volle Programm so jetzt habe ich auch eine Bar an Bord ach jetzt kann ich hier auch in die Lackiererei na das ist ja toll ja guckst du so den Standard machen wir aus dem Standard machen wir jetzt erstmal eine hübsche Farbe haben wir auch eine hübsche Farbe gibt es hier hübsche Farbe sie sagen ja sie haben was Neues dazu gedichtet ne das Purpur ist mir ein bisschen zu dunkel der Knalleffekt ist schon besser so was ist das hier das ist so ein Mischmasch aus aus Lieferdienst und hab acht Stellung oder wie kannst du es auch anzeigen oder er schafft alle aber die die eine hier nicht ist ja schon schon widersprechend ja jetzt um Gottes Willen das sieht ja aber auch naja hat was hat was ja 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 aber also das das Rote gefällt mir doch am besten das machen wir mit da machen wir doch mal einen Kauf draus kommt zack so Hexte wächst so das ist der Standard wenn Rot dann Ton in Ton bitteschön ne ne oh Gott ne geht gar nicht das ist ja ne ne das Neo-Grün das ist schon okay so und diese Sprache so siehst du das war nämlich das deswegen gab es auch eine Reduktion na weil das hätte die also diese 30% günstiger die hätten jetzt gepasst na weil es gibt nämlich was Neues das Design der Abflughalle das kannst du auch ändern so deswegen also ja das hat natürlich alles zu seinen Sinn so was nehmen wir denn nehmen wir den abgefuckten alten Scheiß hell oder den Standard und dann nehmen wir doch das da das ist ja Oma Rot naja viel viel Auswahl hast du nicht ne also hier diese Kommandobrücke musst du ein bisschen umbauen auf meinem Sitz da kann ich ja gar nicht rausgucken du ich ich designe das extra um für dich damit die Gehhilfe deine Gehhilfe auch direkt neben deinem Sitz stehen kann da muss ich mich ja hinstellen zum 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 zu gucken da kann ich aber nichts dafür weil du so klein bist ich hab's doch ich hab's am Rücken und vor allem weshalb kann ich auch den einen Sitz doch nicht kannst du den nicht freigeben den will ich gar nicht freigeben hallo ich werde mal schöner so auf dem Kettensitz ja ne es bleibt schön so wie es ist so so aber was ich noch nicht ähm die Gute abgetragen wo ist denn die ich weiß es nicht ich hab die gerade erst eingebaut ich muss sie auch gleich erstmal eruieren die Dienste sind eingerichtet die Dienste sind also sie sind da sagen wir es mal so ich hab noch keine Dienste äh äh angepasst sind alle noch auf Standard so meine meine Coins sind auch alle was war das jetzt habe ich irgendwas verpasst also ich hab's eingestellt ich hab's eingestellt Name will ich nicht ändern äh so jetzt drück ich auf zurück und mein Carrier sind immer noch genauso aus wie vorher okay da hat man eine tolle Sicht ja super wo kann man da hingucken warum warum ist mein Carrier immer noch genauso kacke wie vorher ich hab den auch gerade in der Lackierung eingestellt das muss ich nicht verstehen das will ich bloß nicht damit beschäftigen das wird ja immer schlimmer bist du schon in der Lounge gewesen in unserer privaten ach so du bist an der bar wieso komm ich dann weiter er hat immer er hat immer noch den falschen bildschirm okay naja das naja instanz mäßig sag ich da wieder instanz und ich komm wieder die treppe nicht hoch es ist super es funktioniert alles super du musst dein Rollator anheben ja hab ich auch gerade gemacht das ist mein gehänge es ist hängen geblieben an der treppe ach so ich hab die getränke vergessen oh okay hier ist nichts da ist jetzt das freigeschaltet da ist das ja ist klar hier geht's dann genau ist der gnomics okay ja deswegen also das ist ja riesig hier aber hier gibt's extra eine eigene küche kannst dir auch was kochen was ist das denn lass mal solche scheiße nicht zu die das ist ja nett hier da hab ich hier ganz was tolles geschaffen mein gott die ich mir auch nicht er sieht super aus hervorragend die animation ist also abschneiden vom barhooker das gefällt mir ja wo guckt man einen waffenausstatter und guck mal was der so kann hier die schnalle wenn Ihnen was gefällt sagen Sie es mir er hat nur die standard alle waffen aber das ist doch schon mal viel wert vorräte kann man nie genug haben ja keine e-breacher ist klar ja also ist schon klar so ich gehe jetzt mal ich gehe mal gucken ob ich dich finde da draußen hast du auch ein flüssiger an ja das macht der das macht der Nägelschneider das macht immer der Fußnagelschere es ist lustig ich habe ja jetzt äh wieder einiges geändert es ist ja auch ansprechbar aber ich kann jetzt wieder mein Schiff nicht verlassen aber egal so jetzt ist die frage wo bist du ja ich bin hier ja ich suche ich suche gerade wo du wo du denn winken könntest naja irgendwo beim turm wahrscheinlich da wo auch die anderen sind au kommandant willi jetzt wird er mir angezeigt da hinten bist du irgendwo da fliege ich mal hin und guck ah das ist seitlich am turm du musst weiter nach rechts glaube ich oder bist du das gar nicht ah da ist gerade ein Schiff gekommen ja ich guck gerade da wird mir zwar du wirst mir jetzt so da hinten was ist da hinten wo ist da hinten ah auf der anderen seite ok jetzt bist du direkt vor mir komm mal her und mach das Licht an ja kommen sie dann endlich stehe ich im scheinwerferlicht immer schön langsam gell ein bisschen runter noch ein Stück ja aber man sieht tatsächlich auch die Pipel da drin das ist ja ups bist du alle im carrier hast Gebäude gemacht geh doch mal ein bisschen runter damit ich dich aussehe jetzt habe ich mich aufgesetzt ja ist da irgendwas ja ist ein ist ein absatz davor ah ok und wo ist das genau das ist an der seite des turms guckst du guckst du mal ins ins video und jetzt mache ich jetzt mache ich mal rückwärts gang gut also auf diesen turm ja na und an dem turm ist auch vorne ist ja die aussichts plattform wo man dann so gesagt die ganzen schiffe sieht gut na da vorne ist so gesagt dann ja aber es ist das ist schon hübsch hübsch aber schade dass ähm Leute die den also ja Carrier ist nicht gleich Carrier ne ob du PC Carrier hast oder den Carrier auf PS4 es unterscheidet sich ne ich kann zum Beispiel die Werft nicht begehen so wie das ein PC Carrier ist dann kann ich die äh die die den Raum nicht begehen also das ist gespart das ist Dein Baukeeper kannst du entlassen, der bedient ja nicht mal an den Tischen. Ist die Selbstbedienung hier? Ja, eigentlich die Sturdessen sind noch auf dem Weg hierher. Okay, der Pain-Dymer. Ah, nee, und zwar, du kannst aussteigen und zwar, Olli, das Problem liegt in den Instanzen. Ich habe ja jetzt gerade eine Veränderung getroffen, deswegen musst du einmal wegspringen und dann musst du wieder reinkommen. Diese Instanz muss komplett neu aufgebaut werden. Dadurch, weil ich die Instanz in sich verändert habe, weil ich das Outfit des Carriers verändert habe. Olli, der rentiert sich nicht, der hat nichts mehr zum Trinken hier und auch nichts mehr zum Knabbern. Das ist ganz, ganz dünn hier. Guckst du, aber, äh, wieso sieht mein Carrier immer noch kacke aus? Ich habe die Lackiererei angewiesen, das Outfit zu ändern und das Outfit wurde nicht geändert. Ja, du, abgezogen wurde es mir, ne? Dargestellt wird es mir auch. Ja, gut, das Oma-Rot werde ich auch nicht verwenden. Wahrscheinlich muss ich selber die Instanz verlassen, aber weil Willi noch drin ist, wird die Instanz festgehalten. Also, insofern, na, aber trotzdem sollte, sollte Olli dann aussteigen können. Ah, okay. Ja, siehst du, dann starte ich jetzt auch nochmal. Dann sollte es ja gehen. Warum habe ich jetzt im Moment gerade keine Kontrolle mehr hier? Mein Controller, äh, er tut gar nichts. Ah, jetzt wieder. Was war das eben? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, ich sitze auf dem Käpt'nstuhl, ja. Also, wenn du irgendwas willst, dann sag mal Bescheid. Ja, das ist seltsam. Ich kann in diese Seitenmonitore gehen, aber ich kann nicht mehr... Ich kann in die verschiedenen Monitore gehen, aber ich kann nicht mehr nichts mehr steuern. Ich kann nichts mehr machen, ich kann gar nichts mehr. Was soll denn der Scheiß? Ach, jetzt geht's wieder. Gut. Und eventuell musst du unter Deck fahren. So, aber ich werde auch mal versuchen, die Instanz jetzt zu verlassen. Damit es hoffentlich bei mir auch abgedatet wird. Fremdschiff-Aktrieb wird aufgeladen. Vier, drei, zwei, eins, Sprung! Also, ist schon interessant. Ist schon interessant. Aber trotzdem, ähm... Mit einigen kann man nur unglücklich sein. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn das hier für eine Aufträge? Biomüll. Na gut, ich nehm's mal an, aber, äh... Schön ist es was anderes. Warum ausgerechnet Biomüll? Mahot hat, hat den dann geschleppt, den Auftrag. Okay. Warum nimmt man so einen Auftrag an? Biomüll. Ja, kein Biomüll. Da will ich der Kerl ja wieder so strecken. Ja, eben. Für zwölf Millionen Biomüll. Oh, sechstausend Tonnen. Also, ganz ernsthaft. Wenn das nur... Also, selbst, selbst wenn das 50 Millionen wären, dann würde ich 6000 Tonnen nicht machen. Also, äh... Es ist zu viel. Bei 50 Millionen wären eben... Kann ich jetzt eigentlich mein Korn hierher kommen lassen? Ja, oder? Also, mein, 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 mein Schiff ist... Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Mein Carrier bewegt sich nicht. Ist 2,6 Kilometer entfernt. Landerlaubnis anfordern. Jetzt habe ich gewehrt. Okay. Das ist lieb, dass ich jetzt auf meinem eigenen Carrier landen darf. Hallo, der König kommt. Ihr müsst eigentlich alle anderen... Na, beiseite schieben und erstmal den König da gewähren lassen. Das kann ja wohl nicht angehen. Ist Olli jetzt mittlerweile bei dir da unten? Oder da oben? Entweder hat er sich gleich an die Power verdrückt. Einer. Was sieht denn die Hangars? Ah, hier. Und hier. Wenn ich da jetzt runterfahren, müsste ich dich ja sehen, wenn du landest, oder? Ah, nee, geht nicht. Keine betrittbaren Schiffe angetackt. Ich bin jetzt gerade ausgestiegen. So, was ich aber eben... Ich wollte mal eben was gucken. Bin ich am Volk? Ist das nicht lebt? Nein. Olli. Olli ist per P. Ist auch unterwegs, ja. Ist klar. Gut. Carrier-Dienste. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Ob der Carrier so dargestellt wird, wie ich ihn jetzt eingestellt habe. Ja. Also man muss tatsächlich die Instanz verlassen. Damit man... Also, na, die Carrier-Blase, so gesagt. Äh, diese Instanz muss man einmal verlassen haben, damit sie sich aktualisiert. Gut. So, und jetzt hat es ja auch mit dem Aussteigen bei Olli geklappt. Also, das ist schon mal auch gut. Also, wenn ich da eine Veränderung mache, dann geht das eben erstmal nicht mehr. Das ist es. Keine Schwerkraft. Magnetkontakt aktiv. So. Hast du den jetzt rot gemacht? Ja. Bist du bei der Feuerwehr? Ja. Ich bin eigentlich eher der Riese, der in den Schnee pinkelt, aber ansonsten geht's. Ja, siehst du, jetzt sieht alles hell und hübsch aus. Vorher war das alles so dunkel. Sehr schön. Ne, der Bar-Bereich sieht auch super aus. Hervorragend. Ja, und schön hell alles. Das gefällt mir besser als das, was vorher war. Also, ich bin im Moment, im Moment gerade bei, äh, äh, diesen, äh, Vista Gnomics. Na, die Ausschilderung ist noch verbesserungswürdig. Also, da, weißt du, erinnerst du dich an die Werft? Wo die Werft begehbar ist? Da ist ja gar keiner hier. Ah doch, ja. Ja, halt wohl. Kann man sich gar nicht hinsetzen. Wo bist du denn jetzt? Bei dem Gnomics. Hä? Der kannst du dich doch nirgends hinsetzen. Ja, sag doch. Da kann man sich ja nicht mal hinsetzen. Ach so. Ja, aber ich seh dich nicht. Ich bin auch da. Ich bin, ich bin auch da. Ja. Ich geh jetzt auf, äh, ich geh jetzt aufs Kommando-Deck. Also, wir sind, wir sind, äh, zu dritt. Jetzt, so gesagt, hier auf dem Schiff. Ich bin jetzt unten. Jetzt geh ich mal aufs Kommando-Deck. Ich setz mich jetzt auf meinen Chefsessel. Ja, du hast einen gottschönen Feger an dem Auszug stehen. Ich weiß nicht, wo du sitzt, aber nicht auf deinem Kommando. Ja, deswegen sag ich ja, hier ist irgendwas nicht ganz echt. Hier ist irgendwas nicht gut. Weil, äh, ich seh dich nicht, euch nicht. So, ich geh mal nach nebenan in den, in den, in den Launch-Bereich. Für, für die, äh, Kommando-Einheit. So. Und auch da setz ich mich auf den Chefsessel. Da ist nix. Hier ist keiner. Okay. Jetzt ist ja wieder... Im Kommando ist auch keiner. Na, das ist ja toll. Also, es, es, es scheint ja richtig gut zu funktionieren. Es scheint ja richtig gut zu funktionieren. Ja, was hast du jetzt gemacht? Da bist du nochmal rausgegangen? Du warst im Schiff? Ja. Warte, weil vorher haben wir dich ja gesehen. Warte mal. Ja, ich, ich geh nochmal runter. Ja, ich bin einmal... Ja, äh, äh, war ich ja eben. Ich war eben auf der Brücke. Und du hast gesagt, der Sitz ist leer. Und ich saß da. Ja, ja, gut. Dann kommen wir mal. So. Nochmal hinsetzen. Na gut. Nochmal hinsetzen. Der Chef kommt. Achtung. Warum salutieren die Jungs nicht? Die werden entlassen. So, zack. Jetzt ging kein Aufzug auf. Jetzt ist ein Aufzug aufgegangen. So. Nicht hier. Bei mir. Ja, so. Ich sitze jetzt wieder auf dem Chefsessel. Nein, das sehe ich nicht. Siehst du, das ist es ja. Das ist es ja. Das ist es. So, verlassen. Achso. Ändern wir erstmal die, die, das Sprachprotokoll auf Sprachchat. Willi? Damit das, damit wir uns weiter unterhalten können. Äh, so. Und, äh, wo ist das hier? Äh, Sprachchat starten. Mach mal schon. So. Super. Jetzt sind wir nämlich auf dem Sprachchat. Wollen wir die anderen auch noch einladen? Oder, naja, die sprechen nicht mit uns. Also, insofern ist es auch egal. So. Jetzt, jetzt gehe ich mal eben kurz. Ich, ich, erstmal setze ich mich jetzt auf meinen Arsch. So. Und jetzt, jetzt gehe ich einmal ins Hauptmenü. Dann gucken wir dir mal zu. Ja, also es, es funktioniert und funktioniert doch nicht. Und, äh, ja. Es ist geschmacklich, äh, bitter. So, nochmal. Ich bin, komme in die Gruppe. Ich, Achtung, Vorsicht. Aber ich sitze hier eigentlich. Theoretisch. Jetzt stehe ich wahrscheinlich wieder vor dem Fahrstuhl oder sonst irgendwo. Äh, nichts Genaues weiß man. Jo. Ich bin zwar jetzt wieder da, aber ich bin jetzt beim, äh, in der Nähe der Aufzüge. Ich komme jetzt wieder hoch zum, zum Kommandobrücke. Ja, das ist, das ist noch nicht wichtig, weil du hast die Instanz noch nicht verlassen. So. Ich sitze jetzt wieder gleich auf meinem Hintern. Ja, da steht niemand. Ich stehe links neben dir. Ja, super. Das haut ja richtig hin. Ja, sonst, sonst verlass du mal eben, äh, geh, geh du mal ins Hauptmenü und dann machst du es nochmal, Sam. Ja, dann lade ich nochmal, weil dann hast du ja auch, so gesagt, die Instanz verlassen und die Instanz wird dann eigentlich mit den neuen Daten eigentlich geladen. Olli. Ja. Die Bar ist bei mir zu. Okay, Olli, bleib mal einfach stehen und, äh, geh auch mal ins Hauptmenü und dann lade nochmal neu. Vielleicht ist es dadurch, dass die ganzen Veränderungen da waren und so weiter und jetzt muss er erstmal die Instanz neu laden. Das kann sein, ja. Jetzt hört die Tür nach, rot. Ähm. Ja, ich seh schon, zumindestens einen Olli seh ich, aber ich seh noch keinen Willi. Interaktion nicht möglich, wie komm ich da in den Lift? Aha. Ja, das kann sein. Nee, wir sind ja nicht mehr im Team. Aber, äh, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du auf Kommando-Deckebene auch dann kommst, wenn du zur Staffel gehörst. Und du gehörst ja zur Staffel. Hallo, Olli. Nee, das geht nicht. Olli steht hier. Olli steht vor der Tür von dem Kommando-Lift. Aber nicht der Willi. Ja, ich steh vor der Tür vom Kommando-Lift. Aber ich komm nicht rein. Ja, guck, guckst du, wen ich seh. Ich seh Olli. Olli, ne, seh ich. Ich seh Olli nicht. Na, aber Olli kommt da auch nicht rein. Okay, dann... Müssen wir mal ins Team mal komplett machen, oder? Ja, aber, äh, Willi, ganz ernsthaft. Ich seh Olli, der nicht im Team ist. Ich seh dich aber nicht. Du bist also in einer ganz anderen Instanz. Also irgendwo auf irgendeinem anderen Server. Sonst kann das ja nicht angehen. Ist ein Instanzproblem. So, jetzt erstmal den Olli einladen. Ja, ich kann dich aber ins Team einladen. Ja, das liegt daran, dass ich noch nicht in einem Team bin. So. Ein neuer Kommandant hat sich ihrem Team abgeschlossen. So, Willi ist... Ja, aber du bist nirgends da. Wir stehen vorm... Ich seh Olli. Ich seh Olli. So, und Olli, kannst du jetzt in den Raum rein? Kannst du jetzt ins Kommando-Deck? So, jetzt kann er rein. Also, aufs Kommando-Deck können nur die, die, ähm... Zum Team gehören. Ich bin zwar auch im Kommando-Deck, also auf der... Ich sag doch... Ich sag's doch, Willi. Du bist in einer ganz anderen Instanz. So, ich setz mich jetzt auf meinen kleinen fetten Arsch. Ach so, Olli sitzt da hinten. Und guck gespannt zu. Okay. Ja, wir haben ja alles hier eigentlich gemacht. Also, ich hab zumindest alles... Alles gemacht. Äh, äh... Ich stell' gerade noch fest. Einen Augenblick mal. Kann ich das jetzt von hier aus machen? Oder... Oder wie müsste ich das machen? Ach so. Ich kann's nicht. Ich kann gar nichts machen von hier aus. Was ist das denn? Ich denke, im Chefsessel sollte ich doch irgendwas machen können, oder? Oder wie denkt ihr da drüber? Wozu gibt es den Chefsessel? Nein, ich kann im Chefsessel gar nichts machen. Ich kann nur sitzen und gucken. Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, du, ich krieg' aber dieses Display, so gesagt, vor mich geschoben. Ich kann's aber nicht bedienen. Was soll das? Ja, ich kann von hier aus gar nichts bedienen. Doch, jetzt kommt mein Menü. Okay. Ja, aber ich muss es über das Menü machen. Warum kommt mein Menü nicht, wenn ich auf den Bildschirm guck? Also, das haben sie auch hübsch gemacht. Die Animation, wie so der Monitor so vor mich fährt und so. Warum kann ich den Monitor nicht benutzen? Was soll das? Das würde doch sinnvoller sein. Nein, stattdessen, ich kann nicht mal, wenn ich sitze, mein Menü aufrufen. Ich muss im Endeffekt aufstehen. Das ist doch bescheuert. Das ist doch behindert. Damit ich mein Menü benutzen kann. Wozu gibt's einen Chefsessel, wenn der Chefsessel nicht Chefsessel ist? Das ist doch Schwachsinn. Na gut. Ja, über so eine Seltsamkeiten bei der Erfassung. Kevin, Hallöchen. Nightbrush. Ja, gegrüßt seid ihr. Also, es ist einiges ehrwitzig gemacht. Es ist, ich weiß nicht, probieren die das nicht aus? Wir laufen hier jetzt durch die Gegend und probieren einige Sachen raus und einiges funktioniert nicht so, wie die Logik das eigentlich zulässt. Die müssen doch merken, dass das nicht geht. Das ist... Das ist ehrwitzig. Echt ehrwitzig. Und den Chefsessel ohne Bedienung. Dass ich da keine Bedienelemente habe. Entschuldige mal, was ist denn das für ein Kack? Stattdessen muss ich entweder aufstehen und im Stehen arbeiten. Oder ich muss irgendwo an den Monitor rantreten. Das ist doch... Absurd. Mann, Mann, Mann. So, Barkeeper. Was kann ich hier einstellen? Handel in der Bar verwalten. Aha. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ich kann... Das, was der Barkeeper dann anbietet... Ich kann das förmlich anbieten. Das ist ja ein tolles Ding. So, was gibt's denn da? Erogiele... Achso. Das sind alles... Komponenten. Okay. Gegenstand. Das sind dann Daten. Oder wie sehe ich das hier? Daten, tatsächlich. Das ist ja ein tolles Ding. Einkauf und Verkauf. Okay. Dadurch gewinnt der Carrier jetzt richtig an Spannung bei mir. Okay. Das, was mir fehlt, könnte ich natürlich jetzt sagen, ich möchte es kaufen. Wie hießen die, die, die Systemverteidigungspläne? Oder wie, wie war das nochmal? Willi? Hallo, Willi? Hallo, Willi? Willi? Willi ist nie mehr da. Okay, mal gucken. Äh, okay. Ja, Willi ist raus. Okay. Startet gerade wieder wahrscheinlich neu. Okay. Jetzt warten wir mal auf Willi. Mahut ist 103 entfernt. Deswegen ganzes Ende. Aber ich warte noch auf Willi und... Johnny ist natürlich gleich um Eck. Ist ja auch da, wo ich dann gleich hinspringen wollen würde. So. Aber das ist ja interessant. Die Verwaltung des Barkeepers lässt die Möglichkeit offen. Siedlungsverteidigungspläne. Tatsächlich. Guckst du. Ja, das ist interessant. Ja, da kann man tatsächlich die Sachen anbieten, die man wirklich nicht mehr braucht. Oder beziehungsweise die Sachen nachfragen, die man dringend braucht. Wir versuchen doch mal... Herstellungsanweisung. Und da. Einkauf. Naja, wenn ich... Wenn ich den klau, dann kostet mich einer 80.000. Dann kann ich ja mal sagen... Da will ich so ein paar, sag mal, kaufen. Für 80.000. Das ist dann 900% über. Mal gucken, ob man welche kriegt. Das hat doch Gesicht. Da kann man dann also... sich mit denen eindecken, die man braucht. Das ist doch auch nicht schlecht. So. Menge. Na, wir kaufen erst mal für 13 Stück. Mal gucken, ob wir überhaupt was angeboten kriegen. Aber das ist... Das hat doch... Das hat doch Gesicht. So, was haben wir denn noch? Den Barkeeper können wir also... Okay. Gut. 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 Dienstzölle verwalten. Okay. Dienstzölle verwalten. Jetzt soll das noch... Ist ja auch richtig. Ich... Irgendwie muss man ja Geld verdienen. Kann ja nicht alles so billig bleiben. Also, äh... Was ich eigentlich richtig finden würde... Siehste. Mach ruhig voll. Ich versuch's dann zu kaufen. Hehehehe. Hehehehe. Der war gut. Ja. Ja. Anzug, Waffen... Genau. Komponenten... Nö. Ja. Anzug und Waffen... Ähm... Da glaube ich nicht, dass du die Anzüge verhökern kannst. Du kannst ja nur beim Barkeeper im Endeffekt... Die, ähm... Ja, die Komponenten... Die Waren... Daten... Und, äh... Was ist das? Mein Gott. Daten... Komponenten... Nee, Gegenstand. Gegenstand. Heißt das. Und Komponente. Genau. Komponente, Gegenstand und Daten. Kannst du aber handeln. Das macht natürlich schon... Das ist so ein... Also, da ist das... Ist ein Highlight dann gegeben. Da macht allein der Barkeeper schon... Schon so... Äh... Wirklich was aus. Obwohl Barkeeper kostet... Was kostet der Barkeeper... Äh... Ähm... 1,7 Millionen... Pro Woche. Das geht aber, finde ich. Als an Unterhalt. No. Das ist schon okay. Also, zusammen sind diese drei... Ja, 600 Millionen... Die man ausgeben muss. Also, äh... Der Barkeeper kommt auf jeden Fall schon mal... Äh... Ganz... Sehr geil. Also, sehr geil. Das muss man nur wirklich sagen. Also, beim Barkeeper macht es auch sehr viel Sinn. Die... Die... Die anderen natürlich... Waffen und... Und... Äh... Äh... Anzüge. Da kann man natürlich nicht handeln. Da kann man auch nicht tauschen oder sowas. Da hat man nichts von. Aber der Barkeeper, das ist schon... Das ist schon... Ein feines Zänkchen. Das ist, äh... Sehr geil. Das ist schon sehr geil. Nur, wie kriegt man die Sachen da raus? Ich muss die Sachen ja da auch einbuchen können. Wie mache ich das? Konfiguration bearbeiten. Einlösebüro. Carrier Management. Wie buche ich die Sachen da ein? Wie kriege ich die da rüber? Na, wahrscheinlich muss ich selber zum Barkeeper gehen. Ich muss das jetzt mal ausprobieren. So, ist unser Willi schon wieder da? Ne. Willi ist noch nicht wieder da. Neurhut ist wieder da. Jetzt kriege ich hier den Fahrstuhl nicht gerufen. Das finde ich auch interessant zur Abflughalle. Warum kann ich nicht von hier aus auch direkt in mein Schiff? Jetzt muss ich erst durchs ganze Schiff laufen. Da könnte mich die Büchse doch auch direkt hin katapultieren. Kommandant, was kann ich Ihnen anbieten? Handeln, verkaufen oder beides? Ich möchte doch Sachen... Die will ich ja nicht an Sie verkaufen. Tauchen denn die da auf? Und... Ihr Wunsch sei uns befehlen. So. Warene 0. Ja... Kaufen. Aber wo ist denn... War es das also? Herstellungsanweisung. Ach so. Gut. Jetzt kann ich ihr, so gesagt, die Sachen direkt verkaufen. Wieso muss ich die Sachen verkaufen? Ist noch was? Ja. Wie löse ich das Problem? Geht das denn über... Äh... Quatsch. Geht es denn über das Menü, logischerweise? Eigentlich ja darüber. Und jetzt gibt es hier auch irgendwie... Ah, Transfer. Da ist jetzt... Taucht jetzt Transfer des Carrier-Inventars auf. Ah... Ja... Ja... Ha... Verbrauchsgegenstände kann ich logischerweise nicht transferieren. Nur Material, Waren und Daten. Aber das macht es doch schon richtig interessant. Suchen Sie was Bestimmtes? Genau. Genau. Cool. Cool, cool, cool. Ja. Ich habe jetzt... Äh... Dass sie was kaufen möchte. Also... Sprich, ich kann es verkaufen. Jetzt. Das ist... Sehr geil. Sehr geil. Das hat ja richtig... Also da kommt der... Barkeeper jetzt als Umschlagsplatz in Frage. Cool. Ja, sehr geil. Also das... Das macht schon Sinn. Der Willi ist da. Der Willi ist da. Wieso ist der Willi da und ich sehe ihn nicht? Wieso höre ich dich nicht mehr, Willi? Na also, Willi. Jetzt höre ich dich wenigstens. Ja. Ich bin ja richtig erschrocken, dass ich dich hier auf einmal sehe. Ja. Ja. Was siehst du mal? Was kann man am Barkeeper? Kann man irgendwas tauschen? Ja. Ähm. Mach mal eben... Mach mal... Nimm mal eben Team an. Wo ist denn der Kerl? Komm mit. Ja. Und zwar habe ich jetzt eingestellt, dass der Barkeeper kaufen kann, Herstellungsanweisungen. Jetzt kannst du zu ihm gehen und ihm kannst du Herstellungsanweisungen verkaufen. Aber in diesem werden wir zwar keine... Posten... Verkaufen. Verkaufen. Unten. Oben ist kaufen, unten ist verkaufen. Oh, nee. Ich kann's mir jederzeit nix machen. Ich kann nur... Okay. Barkeeper, Ressourcen kaufen. Moment, ach... Ja, verkaufen. Ja, 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 okay. Wenn Sie Waren haben, habe ich Credits für Sie. Herstellungsanweisungen. Was heißt, was Heizungstück? Moment, doch. Dann verkaufe ich mal acht Stück. Wäre das dann alles? Lachen, vier. Also gut, verschwenden Sie nur weiter meine Zeit. Alter, wie redet die denn mit mir? Ich kriege Angst. So, in dem Rucksack gibt es nämlich für mich jetzt ein neues Symbol. Und das nennt sich Transfer des Carriers. Aber kaufen kannst du nix? Nee, weil ich ja nichts eingestellt habe. Ach so. Ja, der Carrier, also der Barkeeper hat jetzt ein Menü, genauso wie der Warenhandel, für kaufen und für verkaufen. Aber er kann jetzt beides. Wahnsinn. So, jetzt, jetzt, warte mal, jetzt will ich nämlich mal was ausprobieren. Ja, aber ich habe doch gerade jetzt Herstellungsanweisungen verkauft. Jetzt will ich wieder welche kaufen, aber das geht nicht. Ja, das kommt, weil es noch nicht eingestellt ist. Warte, das will ich ja jetzt ausprobieren, ob ich beides gleichzeitig einstellen kann. Ne, das, das wäre doch mal eine Verbesserung. Ja, wäre auch sinnvoll, ja. Gegenüber, äh, jetzt bin ich schon wieder in den Falschen gelandet. Da wollte ich doch gar nicht rein. Ich wollte in den, ich will ja den Carrier-Verwaltung. So, Carrier. So, jetzt muss ich auf den Barkeeper. Der Barkeeper. Und dann Barkeeper-Verwaltung. Takomiro. So, wo sind die Herstellungsanweisungen? Äh, äh. Also bei mir heißt es jetzt, wenn ich was verkaufen möchte, heißt es, in diesem Carrier werden derzeit keine Posten nachgefragt. Ja, weil da noch nichts... Ja, weil da noch nichts eingestellt ist. Wenn da nichts eingestellt ist, dann kann da auch nichts verkauft werden. Das ist nun mal so. So, Herstellungsanweisungen. Da, 13 Stück. Bestand ist 13 Stück. Oh, du hast, du hast so viel... Na, so. Jetzt handeln. Kann ich beides... Ne, ich kann nur eins einstellen. Entweder kann ich kaufen, oder ich kann verkaufen. Okay, dann stell mal kaufen ein. Kaufen soll ich einstellen? Ja. Ah, jetzt. So, hast du eingestellt, Nachfrage 81? Jupp. Ah, okay. Ja, Moment mal, ich hatte da auch... Ich hab doch schon vier verkauft, oder? Ne, du hast schon 13 verkauft. Oder 13 verkauft. Ja, okay. Dann machen wir mal Nummer 6. Verkauft, bestätigen. Ja, aber man kann tatsächlich nur entweder kaufen oder verkaufen einstellen. Ja. Beides geht nicht. Und das... Das hat nichts mit Handel zu tun. Das verstehen die Jungs bei Frontier aber nicht. Eigentlich nicht, ja. Ne, denn Handel ist was anderes. Kannst du... Äh... Äh... So, äh... Mach mal, ich muss aber Daten verkaufen. Du musst Daten verkaufen? Ja. Ja, was hast du denn in Überfluss, was weg muss? Alles. Alles. Ja, was weiß denn ich? Mein Gott. Du... Du... Du kommst hier mit so einer komischen Sachen um die Ecke. Okay, jetzt bin ich völlig überfordert. Ne, ich bin sowieso immer... Ich bin ja immer überfordert. Also insofern kann man da nicht mehr viel wehtun, ne? Kannst du das nicht einstellen? Also alles ankaufen? Nein. Ich muss jede einzelne Sache auswählen und dann sagen, dat möchte ich gern kaufen, dat möchte ich gern nicht kaufen. Ah. Ne, deswegen, also, äh... Da hat man... Ja, das ist gut, dass du das auch nicht weißt. Also ich kann dir diese, äh... Verleumdungskampagnen, da hab ich noch ein paar. Und ich hab auch noch, ähm... Was war das andere, was man gebraucht hat? Ach, die Siedlungs... Äh... Siedlungsverteidigungspläne, da hab ich auch noch welche. Und die sind ja echt gefragt. Warum kann ich da nur... Das versteh ich jetzt nicht. Kannst du das da oben nicht noch anklicken, Einkauf und Verkauf? Nein, oder? Nochmal. Ich kann nur eine Sache... Entweder kann ich kaufen, oder ich kann verkaufen. Ja, ist ja gut. Ne, weil das andere ist nicht, ist nicht drin hier. Und irgendwie, äh... Ich versteh's gerade nicht, aber... Äh... Ja, warte mal. Ich muss erstmal jetzt den Transfer durchführen. Weil... Ich sehe gerade... Äh... Das ist auch noch an... An... Ressourcenkapazität. 100 Artikel. Ressourcenkapazität, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, 100 Artikel. Ich selbst kann 1000 bei mir in einem Rucksack packen. Ich darf aber, mein Barkeeper kann aber nur 100. Was ist das denn? Das ist doch Kinder... Das ist... Ja, aber dann setze ich doch zumindest das, was die einzelne Person kann, auch bar... Also für den Barkeeper frei. 100 finde ich ein Witz. Weil, äh... Das ist, äh... Okay. Jetzt muss ich mal eben kurz nochmal den Transfer durchführen, damit der Barkeeper wieder Platz hat. Warte. Äh... 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 Ich bin hier etwas... Ja? Keine Ahnung. Er war noch im Team. Jetzt ist er nicht mehr im Team. Wieso? Also, äh... Ich... Ich lese... Mahut ist im Team. Olli ist im Team. Aber du bist nicht im Team. Ja. Guck. Guck. Guck in meine Übertragung, dann siehst du es. So. Dann lauf ich mal nochmal ein. Aber das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich hab doch das... Jetzt bist du drin. Alter, jetzt ist gut. Genau. So. Und jetzt geh ich nochmal in die Verwaltung. So. Und jetzt... Jetzt ist auch wieder Platz im Barkeeper drin. So. Und... Mal eben gucken. So. Habe ich hier noch irgendwas eingestellt? Ist da nicht hingehört. Das schalten wir jetzt mal aus. So. Ähm... Wie... Wie hieß das, was Olli brauchte? Oder haben wollte, äh... Jetzt, äh... Moment mal, eine andere Frage. Wenn du... Wenn ich die jetzt verkaufe und du hast ja auf dem Carrier, dann musst du auf dem Carrier umstellen und den... den Verkauf freigeben. Richtig? Richtig. Dann kann ja irgendjemand kommen und kann die Dinger kaufen. Richtig. Richtig. Dann könnte der Olli ja irgendwie das Nachsehen haben. Oder kann man das eingrenzen? Also nur... Verkauf nur an... an Freunde. Nö. Das ist hier öffentlich. Also... Jeder, der in der... der jetzt hier auf den Carrier kann in unserer Umgebung. Beziehungsweise... Ne, der Carrier ist ja übergreifend. Ne, das könnte schon jeder. Das könnte schon jeder. Ja, also ist... So, was... Was braucht Olli jetzt? Olli, was brauchst du? Ich höre Olli gar nicht. Ne, das... Es liegt auch da dran, dass du... Dass Olli nicht spricht. Sondern Olli schreibt. Ja, Olli, kannst du nicht laut schreiben? Lautschreiben ist auch gut, ja. Ja, Kevin. Hallöchen. Night. Ja. Es ist alles... Äh... Ja, äh... Neu. Ja, okay. Das ist... Der Olli schreibt gerade, ich kann doch auch seinen Carrier verkaufen. Dann... Ja. Ja, wieso? Können wir doch jetzt hier machen, wo wir... Wir sind jetzt gerade alle hier. Jetzt können wir doch es doch hier eben machen. Das ist ja kein Problem. So. So ist der Olli hier auf deinen Carrier gekommen. Wieso? Er ist doch schon hier, oder nicht? Ah, oder? Er weiß nicht. Ich glaube schon. Dann soll er sich mal in die Bar beheben. Wie... Heißen die Daten, die ich freischalten soll. Zum Kaufen. Pläne für Verleumdungskampagne. Pläne. 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 Pläne für Verleumdungskampagne. Wie viel? Äh... Das weiß ich jetzt nicht. Olli, wie viel? Ja, normalerweise braucht er acht Stück, aber ich glaube, ich habe keine acht Stück mehr. Ich kann da noch nichts einkaufen, Mensch. Ich kann da noch nichts einkaufen, Mensch. Und Siedlungs... Und Siedlungs... Äh... Verteidigungspläne braucht er... 25... So, ist er eingestellt. Okay. Okay. Auch jetzt habe ich es auch gefunden, wie ich das... Moment mal, wo sind denn die... Herstellung... Umfrau, der D-D-D-D-D-Schnalter. Okay, das beginnt. Okay, ja. Sieh... Sieh... Äh... Das heißt, ich glaube, jetzt bloß noch 28 Stück. Ja, wo gibt es denn so was? Verdammt, ich wundere... Das... Von der Verleumdungskampagne habe ich nur noch fünf. Da fehlen eben drei. Hast du nicht noch welche? Verleumdungskampagne. Warte mal. Äh... Transfer... Daten... Oh, ein Glück, dass es nicht... Oh, ich kriege echt die Krise, ne? Die sind ja nicht... Die sind ja nicht namentlich sortiert, die Sachen, ne? Nein, sind sie nicht. Ja, das ist... Ziemlich weit unten. Na, toll. Ziemlich weit unten. Fangen wir also von unten an. Ja, ja. Pläne für Verleumdungskampagne. Pläne... Quatsch mir nicht dazwischen, Bartender. Ja, die gibt mir auch schon die ganze Zeit was... Was ich verkaufen will. Ich finde ich nicht... Ich hab nicht einen. Hey, ich hab nicht einen. Aber du kannst es einstellen, damit es dir auch ankaufen kannst. Hab ich doch gemacht. Ja, okay. Ist ja gut. Der Bartender kann jetzt die Dinger kaufen. Jetzt pass auf. Wo ist denn der Olli? Ist der schon da? Ich weiß nicht, wo Olli ist. Olli. Olli, wo bist du? Olli sitzt im Schiff. Olli sitzt im Schiff? Olli sitzt im Schiff. Pass mal auf. Dann geh ich eben... So ein Ruf auf mein Schiff. Hier auf mein Carrier will ich noch meine Schiffe holen. Muss ich noch eben machen. Okay, der kommt jetzt, ja. Ja, ja. Er sagt, ich höre Rolf nicht. Wieso hört er mich nicht? Dann bekomme ich nicht alles mit. Schreibt er gerade. Na, nü. Olli, hörst du mich? Ach so. Er hört dich nicht deswegen, weil... Mein Gott. Jetzt fällt es mir auch erst auf. Okay, der Olli hört mich. Ja, es ist klar, dass er dich hört. Aber dich hört er nicht. Ja, es ist klar, weil ich im Sprach-Chat bin. Okay. Verstehst? Das ist eine ganz einfache Sache. So. Muss ich da jetzt auch wieder was machen? Ne, das müssen die beiden annehmen, damit sie mich auch hören. Ah, okay. Himmel, ist das alles kompliziert. So. Und jetzt, 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 jetzt hören mich alle. Na, jetzt passt das. Siehste? Genau. Jetzt sind alle, alle hörbar. Ja, dann kann ich ja den Olli mal fragen. Ja, sag mal Olli, was willst du denn eigentlich ausgeben? Weißt du, was 25 Siedlungsverteidigungspläne wert sind? Ich hab da einen Monat gesucht. Ja, ich. Und Willi hat mir erklärt, wie es geht. Ich hab's gemacht und das war, äh, was war das? Viertelstunde? Ja, scheiße, ey. Ja, jetzt hat es ihm die Sprache verschlagen. Ja, Olli, du brauchst 25 Stück. Dann würde ich vorschlagen, ich geb dir 24. Und, und der eine, der eine ist dann der goldene, aber da musste was rum, da musste was rüberfahren. In die Bar, bitte. Ja, er zum, ja, zum Rolf. Dann setz ich mich schon mal hin. Warte, Olli. Ja, wie, das will ich hin, ja, gar nicht. Irgendwie sind alle krank, ja. Alle mit Corona. Jupp, also ich auf jeden Fall. Ja, also auf, auf dem Rolf, sein Kerl, er musste, er musste die Maske tragen, ja. Ja, und Schuhschoner, damit hier nix dreckig wird. Ja, ich geb dir, ja. Das ist ja, das ist ja B-Qualität. Ja, ich geb Dir kaputt an, ist ja Kacke hier. Ne, das sind Gäste. Die haben nicht meine Uniform an. Ja, die sind doch alle so blau gestreift. Hier gibt's grüne und hier gibt's blaue. Ja. Die grünen sind für den Abfall. Und die blauen sind das Kanonenfutter. Ne, ich glaub, du kennst dich auf meinem Carrier nicht aus. Die grünen sind geboostert und die anderen nicht. Die sind gechippt und entwurmt. Gut. So, und wo bleibt Olli jetzt? Ja, wenn's Olli nicht mal kommt, dann bin ich total betrunken. Dann kann ich nichts mehr verkaufen. Hier gibt's ja Freibier für Olli. Was renzt du hier so aufgeregt rum? Ich will mal gucken. Kann ich mich auch dazu stellen? Nee, geht nicht. Kann ich Ihnen etwas anbieten, Kommandant? Geh, gib doch mal Befehl, dass die was arbeiten sollten hier. Ich denk, du bist der Chef hier. Oder bist du hier bloß Sponsor? So, wie ich mir im Moment vorkomme, bin ich nicht mal das. Moment mal, mach ich eigentlich noch einen grüßenreinig. Ich bin schon mal. Nee. Zum Glück bin ich eine ganz gute Schützin. Wenn nicht, würde ich vermutlich nicht hier sein. Wenn ich da draußen unterwegs, fühle ich mich entweder wie der Jäger oder der Gejagte. Ja, da kann man ja richtig mit den Siedlungsverteidigungsplänen, da kann man ja richtig Geld machen. Naja, richtig Geld kannst du damit nicht machen. Wieso? Na, warte mal. Ich guck mal. Was ist da maximaler Verkaufspreis? Kannst du einen anbieten. Ja, deswegen, ich guck mal. Mhm. Ich muss jetzt wieder in die Icaria-Verwaltung und dann Barkeeper. Also ich muss mich da noch so ein bisschen durchfuchsen. Ja, Sachen können auch am Boden getauscht werden. Das ist richtig. Das wissen wir. Aber es ist natürlich interessanter am Barkeeper. Also das jetzt mal auszuprobieren. Wobei wir das am Boden auch schon mal gemacht haben. Und da sind dann aus acht Stück sind dann plötzlich sieben geworden. Oder weniger sogar. An solchen Gründen auch immer, ja. Sind welche verschwunden. Und das wird ja hier bei deinem Barkeeper hoffentlich nicht sein, oder? Eben. Ist... Ist das... Ist das nicht dahinter, da war korrupt? Ja. Ach nee, das ist was anderes. Da bezahlst du für was. Hahaha. Olli kommt. Der Olli kommt. Der Olli kommt. Der Olli kommt. Da ist er ja. Ja was? Jawoll. Was ist denn hier los? Olli ist ja eine Frau. Hahaha. Olline. Darf ich vorstellen? Olline. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut. Gut. Hahaha. Die Gold also. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir das verkaufen können. Ich möchte einige Gegenstände verkaufen. Gut. 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 Suchen Sie was Bestimmtes? Also. Der Olli braucht 35 Siedlungsverteidigungspläne. Was kriege ich denn eigentlich dafür? Für. Ach. 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 Der Buch. Ja. Verkauft. Wie der 4000. Die sind auf 100 Prozent eingestellt. Also. ja jetzt muss ich jetzt jetzt muss ich sie erst mal umstellen jetzt muss ich sie erst mal umstellen das ist immer dieses dann könntest du dir in dem moment zurück kaufen das ist richtig nur das beste so siedlungsverteidigungspläne auf verkaufen siedlungsverteidigungspläne so und verkaufspreis wir 220.000 ja da kannst du mal sehen du arbeitest langsam also die pläne für verlangungskampagne dasselbe ist 260.000 das ist der höchstsatz für die die verpolvern kannst wieder einen oder oder wie ja das ist ja gar nichts ja deswegen also ja die die pläne für die verleumdungskampagne hat er noch nicht gekauft aber also ich finde das ein witz ich finde das wirklich witz weil wenn ich jetzt den kaufauftrag abgebe sagen wir mal über über zehn gehen pläne dann habe ich zehn vom vom transfermöglichkeit vergeben ich könnte jetzt noch was weiß ich 100 siedlungsverteidigungspläne haben aber da kann ich nur 90 dann von verkaufen das ist doch also die die zahl 100 für den bartender ist viel zu klein die ist viel zu klein die ist wirklich viel zu klein weil wenn du dir allein das an die anzahl anguckt wie viele verschiedene gegenstände ist das ist 100 ist ein witz wir selbst haben 1000 pro pro daten und pro pro jeweils die verschiedene klasse gegenstand und komponente so jeweils 1000 so und die sagen alles in allem hat der bartender nur 100 das ist das das also wenn der bartender nur 1000 hätte dann wäre das ja ein drittel von dem was wir hätten ja vielleicht haben sie es extra so gemacht dass man also jetzt nicht wild einfach untereinander tauschen kann damit es doch noch damit man doch noch irgendwelche dinge suchen muss und weil sonst könntest du dir ja alles zusammen kaufen ja aber gut was natürlich was ich natürlich wirklich blöd finde ist dass man jeweils immer umstellen muss kauft man auch oder verkauft man ja ja also äh das hat ja mit handel dann eigentlich überhaupt nichts zu tun ja handel ist ja gar keiner zu erkennen nur jetzt überleg mal jetzt überleg mal waren gibt es so viele waren wie wie komponenten gegenstände und ding ja gibt es so und da habe ich 25.000 beziehungsweise okay du ziehst du kannst noch mal 6000 abziehen habe ich 19.000 19.000 zum hinsetzen und aufstehen das ist richtig das gefällt mir gut ja super obwohl es halt bloß auch ein naja ein gimmick ist Olli hast du jetzt eigentlich alles? Nun, wir können ich ihnen heute helfen Ja schön Jetzt fehlen dir bloß noch Ihr Wunsch sei ins Buffet Was? Ich habe dich leider nicht verstanden Wäre das dann alles? Ja, hab alles Gut, es ist ihr Verlust Jetzt fehlen dir bloß noch drei Verleumdungskampagnen Ja, die finde ich schon irgendwann Ich finde es nur ein bisschen verwirrend jetzt wo du beim Barkeeper auf dem Träger was verkaufen kannst weil den Jan Bond den schaltest ja frei indem du Achtpläne Verleumdungskampagne an den Barkeeper verkaufst wenn Pech hast und es macht auch den Träger ist der ja nicht freigeschalten Ja, aber ich glaube an den Barkeeper auf Stationen musst du den verkaufen Ja, Bartender Genau Oder Bar Ist ein Bartender Ja, okay Also jetzt nicht an dem hier auf dem Carrier sondern auf den Stationen Ja Es kann natürlich ziemlich ruflich werden Wenn du es nicht weißt und bis auf den Carrier verkaufst du das Ding Ja, dann sind sie weg Genau Aber da kann ich, da kann ich jetzt an den 2000 darauf gehen Aber mindestens drei oder vier Wochen danach gesucht Alter Ja Und ich sag das Schlimmste was ich bis dato hier in dem Spiel gemacht hab Waren diese Siedlungsverteidigungspläne Das ist irre Und da brauchst du 25 Stück, okay Moment mal die Chefin Rüstern Ja, das Tollste war Er erzählt mir nun wie das geht Ich mache es Und auf Anhieb hab ich die richtigen, den richtigen Auftrag Ich hab auf Anhieb die Komm da rein und krieg sofort Verteidigungspläne und alles Das hat sofort bei mir auf Anhieb geklappt Hat keine 15 Minuten gedauert Er war völlig entsetzt Er meinte so Ja, da musst du mehrmals den Auftrag annehmen und gucken Ob es dann das wirklich auch ist Ja, bei mir war es das auf Anhieb Du, es hat gerade durchgeschnitten Ja Also insofern Nicht schlecht das Ding Du bist ja ein Glückspilz Ja, ja, das war wirklich Glück Also Es war super Ja Aber Also Es Es macht ein schönes Schönes Das Das Outfit Von dem Ganzen Ist wirklich schön geworden Das muss man denen sagen Ja Ja Also kann man was Ja Ja Und also Ich finde Ich finde den Ansatz Mit dem Ballkeeper Und Tauschen Der Materialien Oder Daten Das finde ich Finde ich gut Ja, ich auch Der Ansatz ist da Jemand Jemand Diese Rominösen Ziel- und Verteidigungspläne gefunden hat Die Stationen Oder Die wirklich nicht so Wirklich nicht einfach zu finden sind Und hat welche über Und kann es einem Kollegen geben Das finde ich schon gut Ja Und vor allem Das Umtauschen Der Wertverlust beim Umtauschen Beim normalen Barcenter Ja, ja, klar Ja Kannst du jetzt selber entscheiden Ja Genau Oder auch Was weiß ich Oder Herstellungsanweisungen Was man ja auch braucht Zum Bis zum Ortswinken Ja Genau Das ist schon okay Was ich klasse finde ist Was ich sehr geil finde Haben sich die Jungs Haben sich die Jungs Wirklich wieder Null Gedanken gemacht Jetzt kommt's Ich möchte jetzt Ich sitz jetzt ja gerade Ne Ja Bin ganz entspannt In meiner eigenen Bar Und möchte jetzt Den Carrier steuern Ja Da gehst du gefälligst auf Eine Kommando Ja Der Witz ist Ich kann's nicht Ich kann's nicht Weil ich hab gar keine Steuersymbolik Ich kann nicht mein Menü aufrufen Du kannst wenn du sitzt kannst du ja das Menü nicht aufrufen So Jetzt kannst du gar nichts machen Genau Du kannst nur sitzen Das ist dumm Ich muss doch zumindest mein Verwaltungsmenü aufrufen können Ja gut Weil das kann ich nur im Stehen Was ist das denn Entschuldige aber das ist doch absurd Ja man kann auch den Rucksack nicht angucken und so weiter Stimmt Genau So und was ich jetzt nämlich machen will ist Ich will den Den Carrier Jetzt Rüberjagen Wieder Nach mir Mutuchi Ja Ja So Mal gucken ob wir das auf Anipin kriegen Ja dann kann Aber hier ist ein System wo auch Backheber noch ähm Installieren kannst Ja das ist ein Ja äh Du Dauert eh 50 Minuten bis der Flug los geht Also insofern Ja genau Ja dann bin ich schon mal rüber Ja dann mach dich noch Ja aber Das dauert Das dauert ja ewig bis Bis der wirkliche Start beginnt So aber Ich Ja Ich Ja Macht Jungs Macht Jungs Ich Ich setz schon mal So gesagt Den Sprung Ich will Ich will es ja live und in Farbe hier erleben Wie der Sprung dann auch geht Ja Ja kannst du jetzt auf deiner Kommandobrücke Da dieses Dieses Terminal oder dieses Pack benutzen Oder ist das nur Show Ne das kann ich eben nicht benutzen Das ist auch nur Show Das ist auch nur Show Das ist nur Show Und das ist Schwachsinn Ich setz mich auf meinen Kommandohocker um nichts machen zu können Ich Ja äh Das ist doch Mein Gott Du hast doch deine Bedienste Man Man Traut dir nichts zu Ja ich 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 kann ja noch nicht meine Gestik im Sitzen machen Volle Fahrt voraus Ich kann nicht sagen volle Fahrt voraus Weil ich keine Gestik machen kann Was ist das Alter Schwede Mit deinen zwei Nasen auf den Stühlen Da in der Kommandobrücke Dann siehst du natürlich ganz schlecht Ja du Dafür muss ich Internet haben Sag mal Hand aufs Herz Bist du überhaupt Besitzer von den Carrier oder Ja äh Die Die Frage stelle ich mir auch gehört der Bank scheinbar Ja gehört alles der Bank Ja das Die Frage stellt sich immer das ist hier Ja Ja Es ist absurd Es ist wirklich absurd So jetzt schicke ich den Carrier An dieses Carrier Ziel So Minute Ja Das ist total daneben Was sollst du denn jetzt eine dreiviertel Stunde machen Ja In der Zwischenzeit kannst du noch Papiertüten kleben Du hör mal zu Dann hol mal dein Reinigungspersonal Der Teppich ist ganz schmutzig hier durchgedrehten Da nimmst du jetzt schöne Zahnbürste und reinigst den Teppich Ne? Alter Schwede ey Also da sind wieder so einige Dinger wo ich so denke Mein Gott da fasse ich mir wirklich an den Kopf Da fasse ich mir wirklich an den Kopf Ich glaube wie absurd Schwachsinn die Idee kommt Ja Was soll denn da der Hintergrund sein? Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Also wie gesagt Das ist dasselbe wie mit dem Bartender auf 100 Das zu reduzieren Ja Und wenn ich Wobei das Verstehe ich ja vielleicht noch einigermaßen Damit man also hier nicht zum wilden Tauschen kommt Oder was auch immer Oder verkaufen Ja aber ich brauche Ich Du Willi Willi Ich versuche es mal zu erklären Ich habe Ich habe tausend Von jeder Art Das sind also Dreitausend ist mein Stack Der meines Bartenders ist 100 So jetzt habe ich Jetzt habe ich eventuell Was weiß ich Alleine Herstellungspläne Habe ich sagen wir mal 70 Stück Die Ich brauche aber noch 25 Anweisungen von dem Und 25 Anweisungen von dem Dann kann ich gar keine 70 Und 25 von dem Und 25 von denen Ankaufen Und das andere verkaufen Das kann ich gar nicht mehr tun Also wenn ich 100 auf der Handelsebene ankauf Und 100 auf der Ebene Verkauf haben würde Dann würde es ja noch so einigermaßen Okay ist immer noch zu wenig Aber bitte Na aber 100 Allgemein Das ist ein Witz Na also das ist äh Ein geficktes Eichhörnchen ist man da Das ist äh Abwarten Vielleicht kommen sie auch drauf Ich meine das wird ja Das ist ja heute der erste Tag Wo dann die Kollegen alle Mal das durchchecken Und das kommt bestimmt auf Warte mal Warte mal Du hast recht Du hast recht Das ist ja das Alles äh Jetzt ist ja Wöchentlich gibt es ja immer Ein Update Tag Ja Deswegen die brauchen ja Die brauchen ja irgendwie Die Updates Aber Aber nichtsdestotrotz Da kommt doch irgend Irgend so eine Nase Kommt doch auf die Idee Und sagt Okay den Carrier Lassen wir erst in 50 Minuten Durchstarten Da frage ich mich Erstmal Sind die alle noch ganz dicht Die Leute Ja Ja aber das ist genauso Im Sitzen kann ich nicht handeln Also kann ich nicht Kann ich meine Bedienelemente nicht nutzen Ja Ich hab ne Brücke Die ich nämlich nicht bin Also ich kann mich hinsetzen Ist ja toll Dass ich mich auf meine Brücke hinsetzen kann Aber dass ich mein Mein Bedienpanel vor mir nicht bedienen kann Was für ne Absurdität ist denn das Ja ja Ich weiß nicht Es gibt ja Gibt es ja doch auch so Qualitätsmanagement Oder Qualitätssicherung Irgendjemand muss ja das mal vorher Durchgespielt haben Oder Ne Aber die sind ja mit allem zufrieden Naja gut Ok Es sieht toll aus Wie das Wie dieses Panel Was ich da an meinem Sitz habe Wie das so reinschwenkt Sieht super aus Aber warum kann ich es nicht benutzen? Ne Man könnte das doch anklicken Und dann macht es das nochmal groß auf Oder was auch immer Genau Ne Also so Vielleicht Vielleicht kommen sie da noch drauf Also pass mal auf Kollege Ich muss mich Also ich bleibe jetzt auf deinem Carrier sitzen An der Bar gibt es nichts zum Trinken Also muss ich mir das mal anders besorgen Ich kling mich mal aus Ok Ja Bis später Ne So Ich werde hier jetzt nochmal Maul Affenpfeil Halten Blablabla Ne Gucken was ich hier noch tun kann Der Carrier sieht super aus Also das muss man sagen Auch die Brücke Das gefällt mir echt gut Gut Hier dieses mit runter gucken und so weiter Ne Was ich seltsam finde ist die Treppe Die Treppe wo ich Wo ich gelegentlich mal hängen bleibe wie jetzt zum Beispiel Ne Man muss hier erst den Punkt finden Wo man dann durchgehend hoch rennen kann Finde ich sehr gut Also das gefällt mir toll Das ist Ne Hier hänge ich jetzt auch wieder fest Das ist Wahnsinn Also es ist ganz toll gemacht Mit dem eingeklemmt sein und dann komme ich die Treppe nicht hoch Also ja mein Rollator hakt so ein bisschen Ne Also was ich auch schön finde ist Ähm Ich habe meinen Carrier Also wenn zum Beispiel diese Brückensache ähm Dem Team vorbehalten ist Finde ich das ein bisschen wenig Könnte man das nicht machen Dass das einstellbar ist So nach dem Motto Äh Da dürfen auch Äh Staffelmitglieder drauf Also das gehört ja Das gehört ja Also der Carrier ist ja An der Staffel zugehörig So und dann dürften doch zumindestens Äh was weiß ich Da ließe sich doch noch was machen So nach dem Motto Anbinden an die An die Führung Dass die Führung der Der Carrier da mit drauf darf Oder sowas Aber so Außer dass die Kaffeemaschinen permanent leer sind Finde ich nicht witzig Wo muss ich eigentlich die Einrichtung installieren? Auf dem Träger oder wo ist dazu eine Station? Ne das kannst du hier jetzt direkt auf dem Träger Also wenn du auf deinem Träger Du kannst jetzt Witzigerweise Jetzt Äh kannst du das auch Du musst nicht auf deinem Träger sein Sondern weil dein Träger in diesem System ist Kannst du ihn auch von meinem Träger aus bedienen? Und zwar wie? Du gehst einfach in dein Nutzermenü Also in dieses blaue Rad Und dann hast du rechts Auf der rechten Seite den Carrier zum auswählen Da unter dem Zwischen Staffel und Und äh Ingenieur Da gibts dann den Carrier Und da kommst du dann direkt zu deinem Carrier Genau So und Und jetzt gehst du dann auf Äh Dieses kleine Pissmännchen Das nennt sich Carrier Dienste Da hast Da gehst du einfach drauf Und blätterst dann einfach runter Und da kannst du dann die Dienste einfach direkt auswählen Und Genau Da steht auch bei mir Einrichtung installieren 200 Millionen Aber wenn ich da drauf drücke Passiert nix Eventuell muss ich vielleicht auch nochmal ein neuer einloggen Komisch Also ich wollte hier im Prinzip nur fragen ob ich irgendwas falsch mache Aber das ist dann die Stelle eigentlich hier Genau Genau Also ich war ja auch nicht auf meinem Carrier Ich war ja auf der Station Als ich die Sachen gekau... Ne warte mal Ne 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 Ich war auf dem Carrier Als ich Als ich die Sachen gekauft habe Genau Ich war auf dem Carrier Als ich die Sachen gekauft habe Nur sehen konnte ich nichts Ich musste also die Instanz verlassen Musste wieder zurück in diese Instanz zurückkehren Und erst dann habe ich die Veränderung überhaupt gesehen Auch dass ich das schon gekauft habe Was aber Ehrsinn ist Wenn du ja auf dem Carrier sein musst Um das zu kaufen Warum hast du nicht dann auch gleich die Veränderung Es macht in meinen Augen wieder keinen Sinn Aber das ist eine andere Sache Ja Die Sinnlosigkeit des Seins Na gut dann fliege jetzt nochmal zur Station So machen wir das Oder so Genau Ja Ja Weil irgendwie auf dem Träger funktioniert es gerade nicht Aber ich mache es per Remote Ja Na ja Ja also äh Was mir gerade auffällt ist Dass äh Wenn du ein Ziel auswählst Aus der Liste Aus dem linken Menü Gehst raus und gehst wieder rein Dann ist es noch ausgewählt Es der Die Liste fängt gar nicht oben an So wie es die ganze Zeit war Es bleibt anscheinend jetzt Welche Liste meinst du jetzt nochmal? Also wenn Wenn im Schiff sitzt Auf dem linken Menü Wenn aus dem ganzen Ziel Dein Dein Reiseziel auswählst Okay Du musst dann äh Ja Super Cruise oder sowas Auswählst Und äh Die Liste bleibt dann tatsächlich so Wie sie auch Verlassen hast Also die Möglichkeit Dass oben anfängst Wieder plötzlich das Und die dann durchscrollen Plus nur 300 Seils Ah Das äh Klingt ja auch interessant Ja Vor allem wegen Super Cruise ne Einmal auf Station raus Dann Ziel doch mal auswählen Das geht jetzt schneller Sehe ich gerade Ja Dann hat ja doch sich Was getan Ja Das sind Ja das sind Ja toll Also mein Mein Problem Auf meinem anderen Carrier Ist leider nicht gelöst worden Aber ist sowieso egal Ich verschrotte das Ding Und dann ist gut Ja Ja Da ist das Problem Ich habe Materialien an Bord Achso Ja Zum Beispiel Zum Beispiel 140 Modul Terminals Die ich ja erworben habe Durch durch Mission Die habe ich da auf dem äh 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 Carrier eingelagert Teilweise verkauft und ähm Ja die sind verloren Ich kann Ich kann Er sagt zu mir Ist kein Bestand Ich kann Ich kann sie zwar Zum Verkauf stellen Aber es ist kein Bestand Da sagt er Wenn ich da eine kaufen möchte Dann sagt er Ne ist kein Bestand Aber das ist ja Genauso wie mit dem Ominösen äh Paket An An Flugzeugen Ja ja genau Das ist ja auch noch da Das hängt ja auch noch in der Luft Aber das äh Ich steuere das Ding sowieso Hier in das System Und werde dann äh Das Paket nochmal verkaufen Weil ich glaube Ich äh bin mir nicht sicher Ob Frontier überhaupt irgendwas Richtig auf die Reihe kriegt Und dann verkaufe ich das lieber vorher Bevor das irgendwie Zermarmelt wird Ja So und dann Und dann Also was Was mich völlig irritiert hat Das äh Auf einem Playstation Carrier Kannst du die Begehung Der Werft nicht durchführen Da gibt es den Raum nicht Mhm Ne Du hast du hast nur die Aussichtsplattform Und mehr nicht Ne Du Du kannst nirgends woanders hin Außer auf die Aussichtsplattform So und äh Das finde ich ein bisschen seltsam Insbesondere weil das doch Include ist Also äh Ja dass ich den Barkeeper nicht hab Und die Genomics und und äh Verkauf von von äh Anzügen und sowas Ja das leuchtet mir schon ein Aber das was included sein sollte Das sollte doch dann auch da included sein Aber das ist es nicht Also da geht es schon wieder alles auseinander Und macht dann äh Für mich auch als Als Inhaber eines eines Carriers Äh Wenn ich zwei Accounts hab Ja ich ich muss zwangsweise äh Den den Carrier auf PC rüberziehen Mhm Ja Also das andere macht keinen Sinn Und das ist irgendwie so ein bisschen äh Und das ist irgendwie so ein bisschen äh Aber ist halt so Ja ich werd heute Abend dann auch mal anfangen Von PS4 das alles rüber zu schaufeln Mit Geld Also Überträger Genau Ja das Schöne ist das hat noch Zeit Ne also jetzt hab ich erstmal Erstmal zwei Milliarden auf meinem Auf meinem äh Carrier hierher in Kohle Äh Ich hab noch eine Milliarde äh 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 in in Cash Also insofern äh Dass die anderen äh Zehn Milliarden noch dann auf dem PS Account sind Das spielt dann auch nicht mehr unbedingt die Rolle Ja Aber theoretisch kannst du ihn ja dann auch über deinem PC Account rüberholen ne Ja ja genau Weil du kennst sogar seinen Träger dann Flüssig machen die in Anführungszeichen mit 5 Milliarden Und dann grad auf dem PC Account alles wieder weitermachen Genau Ja Da werd ich auch noch fleißig Geld dann verschieben Also Ja Iceman Ah ja 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 Er ist in einem Äh Iceman ist eine tolle Idee ne Sein Carrier befindet sich tatsächlich hier im gleichen System wie meiner nämlich Das ist ein Wo Dienste angeboten werden Ich hab hier nämlich auch die Dienste installiert So aber wir haben grad festgestellt die Dienste musst du installieren scheinbar über äh Versuch's mal von deinem Schiff aus Vielleicht ist die Carrierverwaltung die du auswählst Wenn du in deinem Schiff sitzt Dann hast du ja rechts auf dem Bildschirm Carrierverwaltung Geh mal in die Carrierverwaltung und versuch dort mal die Dienste Fällt mir jetzt grade auf Fällt mir jetzt grade auf Ja Denn in Persönlichkeit Da geht's Siehst du dann Nur wenn du nicht auf dem Träger bist Das hab ich vorhin auch schon probiert auf dem Träger Achso Okay Okay Du darfst also nicht auf einem fremden Träger sein Damit du diese Das war ja das Komische Ach du warst sogar auf deinem Ja aber kann auch wieder ein Fehler gewesen sein Das ist alles gut Ja 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 Man oh man oh man Ja ja Iceman Wir sind nämlich in dem System Und er war bei mir auf dem Carrier Also insofern Und er hat den Carrier auch hier im System Also alles gut Genau so haben wir es auch gemacht Aber Ja was soll ich dazu sagen Es hat nicht hingehauen Aber das ist ja genau so Ich konnte vorhin In dem System Konnte ich zwar auf dem Playstation Carrier landen Aber ich konnte Partou nicht auf meinem PC Carrier landen Es ging nicht Der PC Carrier hat sich immer bewegt Und es war Eine Landung war nicht möglich Wir haben es mit mehreren Leuten versucht Ich habe es alleine versucht Wir haben ein und aus gelockt Und alles mögliche Aber es ging Partou nicht Erst als ich in ein anderes System Gesprungen bin Weil ich dann gesagt habe Ich muss eh springen Und es dauert eh 50 Minuten Also kann ich gleich in so ein Verwaltungssystem springen Da hatte ich kein Problem mehr Auf den Carrier einzudringen Also hier sind einige Fehler Die tun eigentlich weh Die tun weh Was Was auch Auch Schön ist Ist Ich geh da nochmal hin Du sitzt auf deiner Ich bin der Typ Ich bin der Typ Hier müssen wir uns alle gegenseitig helfen Ja Das ist ja alles Das ist ja alles Alles gut bei dir So Und zwar gehe ich jetzt mal auf den Kommandositz Das finde ich am geilsten Abkühlzeit Was ist das Achso Achso Weil ich abgebrochen habe Ja ja alles gut Ja das was man so selten tut So und das das finde ich am Also das finde ich am Animation wie sich jemand hinsetzt und so Super Look and feel Super Aber Warum kann ich bitteschön nicht Jetzt mein Verwaltungsmenü aufrufen Also mein persönliches Mein blaues Warum geht das nicht Ich kann gar nichts Außer sitzen und gucken Das ist Armselig So jetzt muss ich mich hinstellen Und jetzt kann ich mein Verwaltungsmenü aufrufen Bitte was Warum soll ich das nicht auch im Sitzen machen dürfen Tun können Und ganz klasse finde ich Ich habe hier extra einen Hübschen Stuhl Mit einem tollen Panel da dran Und da darf sich nur der Kommandant draufsetzen Also setzt sich der Kommandant mal drauf Und dann schwenkt Dann schwenkt auch dieser Monitor richtig ran Und was kannst du mit dem Monitor Nicht Und was kannst du jetzt für ein Befehl geben Dass es los geht Oder zum Beispiel Dass du irgendwelche Befehle gibst Irgendwie Oder Handzeichen geben Wir drücken mal Handzeichen Nichts passiert Nichts Ist nur gucken Äh Captain Kirk Hätte gesagt Auf den Stuhl will ich nicht Na So Und was ganz klasse ist Was ganz klasse ist Also Ich glaube wenn ich so an mir runter gucke Ich sehe keinen Rollator So Jetzt gehe ich hier mal die Treppe runter Jetzt versuche ich die Treppe wieder hoch zu gehen Oh Ich hänge fest Ich hänge fest Mein Rollator Will nicht Äh Nach mal Nach mal eine Stufe kommen Hier muss man Ganz bestimmte Stellen treffen Und dann auch Ganz bestimmten Blickwinkel einhalten Dann geht das nämlich Ratzfatz mit dem rauf gehen Du musst nämlich So eine 30 Grad Neigung haben So ungefähr Dann klappt das auch mit der Treppe Also bloß nicht Auf die Füße gucken Und bloß nicht einfach geradeaus Weil das geht nicht Das geht nicht Ich komme hier nicht wieder hoch Ich hänge immer irgendwo fest Ja das ist schon doll Also sie haben Sie haben da schon eine Abrundung eingebaut Weil sie wohl irgendwie Gemerkt haben da hakt was Aber die Abrundung ist scheinbar nicht groß genug Ihr hättet da draus vielleicht eine Rampe machen sollen Für die ältere Generation Rolltreppe Drei Stufen Rolltreppe Jawoll Geil Eure Treppenlift Ja Treppenlift Das Genau Kannst du sitzen und gucken Geile Nummer Geile Nummer Ansonsten das Look and Feel Ist wirklich gelungen Sieht hübsch aus Dieses hier finde ich auch so ein bisschen Schade Ich habe hier 24 Sitzplätze gefühlt Warte mal wir zählen mal Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Sitzplätze Aber ich kann hier eh nur zu viert rein Also Auswahl muss ja sein So Kaffeemaschine ist auch leer Wohl Kannst du nur zu viert rein Weil ich war ja vorhin auch nicht im Team Und du hast mich gesehen Eigentlich hat doch jeder aus der Staffel rein Oder? Ne du konntest ja als du Als du nicht im Team warst Konntest du ja gar nicht In die äh Auf die Kommando Ebene Richtig da oben nicht Aber zum Beispiel ein Bartender würde es gehen Ja Aber es geht mir jetzt um diese Speziallounge Ne Die die oben in der Kommandozentrale ist Ne Die hat ja ihre eigene Lounge Ja So und Diese Lounge Kannst du nur betreten Ähm Mit dem Mit dem Geschwader Nur das Geschwader darf rein Warum? Warum könnte man das nicht irgendwo einstellen Dass das geht Vielleicht geht es ja irgendwo einzustellen Und ich habe es nur noch nicht gefunden Dieter Nach hinten aus der Brücke raus Wieso guckst du nach hinten aus der Brücke raus? Also ich guck hier direkt Nach vorne Da sind ja auch die Landepads Und hier guck ich auch direkt nach vorne Die Landepads Die Brücke selbst Ist ja hinten Vor den Triebwerken Ich komme wieder die Treppe nicht hoch Ich kriege die Krise So Mal gucken ob ich auf die Außenkamera schalten Ja klar kann man auf die Außenkamera schalten Indem man einfach Ins Menü des Carriers geht Hier wollte ich schon sagen Zack So Kann ich das ja regelrecht so drehen Dass man das sehen kann Und zwar Bin ich ja jetzt Hier hinten Am Arsch der Welt Natürlich Also ich bin ja nicht vorne Drin Sondern ich bin Hier ist die Brücke Aber das ist ja bei einem Carrier dasselbe Der Carrier hat ja auch seine Brücke Also bei einem richtigen Flugzeugträger Die haben ja auch ihre Brücke Erhaben über dem Ganzen thronend Guckend So und hier ist dasselbe Das was du vorne siehst Der Bug Der hat mit Brücke eigentlich herzlich wenig zu tun Nämlich gar nichts Und du guckst ja nicht nach hinten Weil hinten sind Hinten ist für mich da wo das Triebwerk ist Und ich guck jetzt so gesagt Da wo der Hammer ist Das ist ja das der Ausguck Also Da oben wo dieser Hammer hängt Das ist die Brücke So dass da vorne der Bug Der hat mit Brücke eigentlich herzlich wenig zu tun Nämlich gar nichts Das ist auch nicht die Brücke So und bei einem richtigen Flugzeugträger wäre es ja dasselbe Hinter dem Tower? Ne vor dem Tower Also der Tower ist genau zwischen Antrieb und Landeplätze Ne Es sieht zwar so aus da vorne Wie irgendwas was man schätzen nutzen dürfte Und hier unten Du meinst wahrscheinlich diese ganze Warte mal wie muss ich jetzt das hier lenken Damit ich mal Ah jetzt Du meinst dieses hier ne Diese ganze Unterkonstruktion So und äh Diese Diese Unterkonstruktion Ich geh mal davon aus Das ist einfach Lager Einheit Für Ressourcen Und Treibstoff Und dergleichen Jetzt krieg ich sie wieder nicht Gesteuert hier Ich bin zu dumm zum Also Manchmal ist man wie verhagelt Leck mich doch an die Füße Herzchen Na siehste Geht doch Da So Ne So Und dieser Hammer der da vorne ist Ja Der sieht aus wie Aber ist nix Ne Ich geh mal davon aus Also Ähm Was würde man an der Stelle machen Also Die die länglichen Teile Die könnte ich gut als Als Tanke einordnen So nach dem Motto Wenn es da kracht und pengt Dann will man nicht unbedingt Dass das ganze Maschinchen auseinander fliegt So rein technisch gesehen Den Hammer Kommunikation oder sonstiges Irgendwie herandenken Na genügend Antennen sind ja vorne auch noch angebracht Aber wie gesagt Die die Brücke an sich Das ist die ist ganz 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 hinten Deswegen So aber wie gesagt was mich stört sind eben Ansonsten hübsch geworden Also muss man wirklich sagen Nur schade dass die Konsolenspieler wieder Also völlig Äh es ist Also man man wird erkennen Wenn man auf einem Carrier eines Konsolenspielers ist Das wird man Wird man erkennen Na als Als Odyssey Spieler So und diese Diese netten Diese netten äh Kapseln Die sehen hübsch aus Auch wie sie aus der Wand fahren Aber das war's dann auch schon Ja So ähm Wie lange haben wir noch bis zum Abflug Jetzt muss ich mal eben Ich krieg schon wieder den Knopf nicht hier gedrückt An der Restzeit von Wir wollen ja den Sprung sehen hier Ich glaub 24 waren sie eben noch Ja 20 Minuten noch Ja wär irgendwann 5 nach ne Nicht ganz Kurz nach Ist der Sprung dann anzusetzen So Also wirklich hübsch gemacht Auch so die Bildschirme Das sieht super aus Kommt einem wie im Kino vor Ne Nur dass man Dass man nur im Stehen was tun kann Das finde ich sehr absurd Sehr absurd Und schön würde ich finden In 20 Minuten Jetzt hat er es gerade durchgesagt So ungefähr Jetzt angezeigt Ne Genomics Und diese Werft Zum Beispiel Die ist immer included Also wer Wer die Werft aktiviert hat Bekommt diesen Raum Aber Nur PC Spieler Ich hab ja Einen Carrier Auf PS4 Und wenn ich durch meine Gänge laufe Obwohl ich die Werft aktiv habe Ist dieser Raum Nicht zugänglich Da ist die Tür zu Und da frage ich mich dann Warum Weil der ist doch included Also ja dass ich die anderen Sachen Als Playstation Spieler nicht kaufen kann Äh Wie Jein Sag ich mir einfach mal so Warum Ich Müsste doch auch damit Umsatz machen dürfen Könnten Warum kann ich die Räume nicht kaufen Ja Ich kann sie nicht benutzen Aber Oder ich kann sie nicht nutzen Ja Aber Dass ich Dass ich da Nicht Nicht mal Äh Hier rein kann Das finde ich Ich hab etwas doof aus der Wäsche geguckt Läuft es als PC Spieler Ein Ding entlang Das Ding soll freigegeben sein Und da ist nix Egal was sie suchen Schauen sie sich gerne um Also was darf es denn heute sein Und hier hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet Aber ist okay Wäre es das dann Sie wissen wo sie mich finden Sonst wird hier Handel betrieben Aber den Barkeeper zu restriktieren auf 100 Das finde ich doch den größten Kniller überhaupt Also auch die Hier die Diese ganzen Nebenräume Und sowas Finde ich sehr schön gemacht Ohne Frage Insbesondere Ist die Animation toll Wenn sich jemand nämlich auf so einen Stuhl setzt So ein Barhocker oder sowas Also hier sieht man das ja nicht Aber von außen sich das Ganze anzugucken ist super Aber auch hier Ich kann die Barkeeperin zum Beispiel Obwohl ich Die Möglichkeit hätte Ich kann sie angucken Aber ich kann sie nicht auswählen Es ist Ich muss wieder direkt vor sie treten Damit ich sie anquatschen kann Das ist Ja Wenn ich schon an ihrer Bar sitze Und sie angucken kann Warum nicht auch Handel treiben Das ist Warum Ist okay So und hier guckt man eben Seitlich aus dieser großen Gondel raus Und wie gesagt Was gleich beim Sprung kommt Das wird interessant So kurz nach Der Sprung läuft Mein Sprung läuft auch Noch eine dreiviertel Stunde Dann logge ich mich jetzt mal aus Bis später Ja Piloten Lounge Darlings Dürfen da nur Piloten rein Warum nicht auch Fußgänger Ja mit der Apex kommt man natürlich hier nicht hin Ist schon klar Du musst also das Ding anfliegen Ist auch klar Na auch die Ausschilderung da oben Ist ganz hübsch gemacht Hat was Hat was So Carrier Management Einlösebüro Ist okay Kann man alles irgendwie vertreten Verfügbare Dienste Was du per Pedis erreichen kannst Ja Ist äh Kann ich so mit klarkommen Ist okay Nur eben dieses 100 100 für den Bartender Das ist äh Das ist ein Noco Ja Geh ich hier rein Handel Der hat eine Größe von 100 Um Gottes Willen Was ist das für ein Scheiß So dann kann ich hier gerade mal was angeben und dann ist gut So das sind 80.000 die ich Strafe bezahlen würde wenn Ich das irgendwo klauen würde Deswegen Ich geb mal die 80.000 dafür aus So dann gehen Vorschub Und da bin ich dann auch schon Völlig Voll Das finde ich komisch So So hier sind das 12 Stück die ich brauch Ne stimmt ja gar nicht mehr Ich hab 6 Und das 6 Ja So Jetzt weiß ich Habe ich den Namen von dem anderen Zeug vergessen Äh Bio 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 war in Bio noch irgendwas War das was ich noch bräuchte Biologisch Proben Genau Brauch ich 13 Ich hab nicht dafür Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Es sind keine Daten Für mich Ich habe da gar keinen Bestand mehr. Warum hat er den nicht selber rausgenommen? Als derjenige alles gekauft hat? Zeugte auch wieder von Ich habe einen Plan. Anwenden. Na, jetzt aber. So. Biologische Probe. Davon 13 Stück. Und guck dir das an. Ich habe jetzt schon 33 Einheiten verkauft und habe nur drei Sachen angegeben, die ich eigentlich bräuchte. Das, was ich jetzt hätte, wäre ein Vielfaches. Was ich eigentlich auch abgeben könnte. Und sogar zum Dumpingpreis. Aber ich kann es nicht. Und ich kann es auch nicht teuer verkaufen. Ich kann damit kein Geschäft machen. Also, was soll das? Das Ware dann schon wesentlich besser. Das macht nicht irgendwie Sinn. Das verschlimmbessert alles. Denn wenn ich mir das hier angucke, Warnhandel. Handel. Genau. So. Besetze Rettungskapseln. Hau raus, die Kacke. So, die werde ich auch noch später brauchen. Aber wer sie haben will, kann sie gerne zu dem Preis kaufen. Das finanziert dann eben wegen Handel meinen Carrier. So, und da bin ich eben nicht restriktiert. Ne, da habe ich eine Kapazität. Man sieht es ja von 25 Carrier-Kapazitäten. Ne, ich habe eine Kapazität von ja, noch über 5000 Stück. Weil alles, was ich an Bord mache, habe, das kostet natürlich Platz. So, und das ist okay. Hat ja, macht ja Sinn. Ne, desto mehr ich einbaue, desto schwerer wird mein Carrier. desto mehr Braucherplatz. Aber 100 ist ein Witz. Passt mehr in jede Chips-Tüte. So. So, und ich würde es gut finden, wenn zum Beispiel auf einem Monitor eingeblendet wird, da ist es doch. Mensch, guck mal, kaum redet man darüber. Phase 1. In 8 Minuten und. Das ist doch mal eine Ansage. Hervorragend. So, ich muss mal eben den Elefanten machen. Ich muss meine Nase beumpfen. Ah, Dieter. Äh. Ein 500-Kilometer-Sprung sind 145 Tonnen Tritium. Ein 500 Lichtjahre. Lockdown in 5 Minuten. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, ähm. Ja, also die, 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 es ist, du riechst dich auch gerade drüber auf, ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club. Darüber riecht sich, glaube ich, im Moment Gott und die Welt drüber auf, dass wir, äh, plötzlich 50 Minuten oder mehr warten müssen, bevor irgendwas losgeht. Das, das geht gar nicht. Na? Das geht gar nicht. Nur damit man sich hinsetzt, oder was soll das? so, und ah, Carrier-Phase 1. Da oben steht's dann auch noch mal. Das ist super. Hervorragend. Also das, das hier mit der Brücke, das gefällt mir noch sehr gut. Das hat, das hat echt Flair. Da haben sie sehr schön gemacht. Es gefällt. Na, nur die Logik dahinter, die, äh, suche ich noch an einigen Stellen. Ne, warum muss ich stehen? Damit ich, damit ich dieses Kack-Menü aufrufen kann. So, was kann ich hier noch verwalten? Denn, würde ich schon gut finden, wenn man die Zugänge einstellen kann. Aber, gibt's nicht. Ne, also da, auch das mit der Lackiererei, dass sie letzte Woche den, den Preis, äh, 30% äh, Rabatt gegeben haben. Ja, das würde jetzt, äh, zu diesem Neuen sehr gut passen. Ne? Da hätten sie schon anpassen können und sollen. Denn, äh, hier kann man wesentlich besser das, äh, noch lenken. ist es ja, ja, jetzt kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr die, eben ging's noch, jetzt geht's nicht mehr, ah, ja, ja, alter Schwede, das zu lenken ist auch, ja, man hat's einfach verkehrt eingestellt, ne? na, das, weil, das Design, das, äh, Abflughalle, das ist ja auch dazu gekommen. so, und, dass das Design nichts kostet. ne, das finde ich in Ordnung. so, das andere, dass die 30, äh, äh, Prozent, die hätten sie mal, äh, verlängern sollen oder zumindestens für heute auch machen sollen, aber ist okay. na, nur, da ist so einiges noch, äh, wo ich noch ein bisschen mehr gehabt hätte. so, die Dienstzölle ist ja auch okay. Auch wie viel du dran verdienst, denn mit irgendwas muss man Geld verdienen. so, die Carrier-Dienste an sich. Ja. Hier zum Beispiel auch. Dann setzen wir uns doch mal lieber hinten. muss ich sitzen oder werde ich gezwungen zu sitzen? Ich kann tatsächlich nicht mehr aufstehen. Ha, ha, ha. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich bin gelockt. ich bin tatsächlich gelockt. Also das einzige, was ich jetzt noch darf, ist gucken. Ich kann nichts mehr machen. Chat ist aus. Wieso ist Chat aus? Nö. Chat ist an. Chat ist an. Sonst würden die ja nicht die anderen antworten können. Wenn der aus ist, der Chat, dann könnten die die anderen ja nicht antworten. Und ich würde sie auch nicht sehen. Und ich würde sie Na, das macht schon was her. Ja, geil! Schau, jetzt die Bildqualität, die Bildrate dann in die Knie geht. Das ist ja... Ich weiß, wie Dinn, die Bild logged in. Der Ausgabe schon mal an den Sie können nun aus Ihrem Sitz aufstehen. Ja, sehr schön. Ja, in dem Moment, wo du meinst, wenn du sitzt, im Sitzen geht gar nichts. Das ist es ja, das regt mich auch auf. Ich setze mich hier jetzt auf den Chefsessel. Also, wenn ich hier stehe, kann ich mein Menü aufrufen. Okay, wenn ich sitze, kann ich gar nichts mehr. Während der Lockdown-Zeit habe ich Verständnis dafür. Wozu gibt es diesen Monitor hier? Zum hübsch aussehen. Ich kann ihn nicht benutzen. Das ist nämlich das, was mich so... Das meinst du mit, auch Chat. Nee, ich dachte, du meinst hier im YouTube. Aber, ja, ich habe falsch gedacht, alles gut. Auch das Aufstehen, dass das Ding dann ranfährt und sowas. Sehr schön, alles hübsch. Haben Sie gut animiert. Aber leider irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht. Das ist so ein bisschen so hinten runtergefallen. Ja. 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 Als eben der andere noch drin war, warst du nicht da. Und er war auch nicht da. Also, als habe ich alle nicht stumm wart. Wie konnte das angehen? Ich habe meine Soundeinstellung überprüft. Und es war alles normal wie immer. Okay. Aber wenn Mahon drin ist, keine Chance. Alles tot. Ich höre euch nicht und ihr hört mich nicht scheinbar. Glaube ich zumindest. Ja, ich habe einmal, habe ich dich kurz räuspern gehört und dann warst du so gleich weg. Ganz zu Anfang, als du reingekommen bist. Ja. Da habe ich kurz was gehört, so abgebrochen, abgebrochener Wortfetz und dann war weg. Ne? Sehr interessant. Wie geht's dir? Oha. Im Moment würde ich sagen, scheiße. Na, die Nacht, die Nacht wird immer, immer zur Tortur. Oha. Ne? Ja, Dieter, wenn man sitzt, genau. Das Sitzen, das ist völlig für den Eimer. Das ist, äh... Jetzt bin ich nicht richtig schnell genug aus dem Quark gekommen, als ich ausgestiegen bin und wurde dann an diese Stelle gebeamt. Das ist auch lustig. Naja. Aber jetzt, jetzt zeige ich nochmal das Problem. Ich fliege jetzt mal rüber zum, zum, ähm, als Cross-Check, so ungefähr, auf den PlayStation-Carrier. Ja, weil das ist ja abgespeckt alles. Und, äh, ich hatte das schon im Urin, dass der, dass es besser ist, wenn ich alles umziehe und, und, äh, PC-Carrier mache. Das war schon genau richtig. Habe ich nichts verkehrt gemacht. So, erst einmal nochmal gucken. Wo hängen wir jetzt rum? Da ist die PS. Genau. Die Büchse. Die Büchse. Naja. Da geh ich doch direkt nochmal rein. Und lande nochmal. Ja. 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 Die, das ist es ja, die Module-Terminals habe ich alle durch Missionen erworben. Habe sie dann auf meinem Carrier, als PC-Spieler an mein Carrier Playstation verkauft. Naja, der Bereitschaftsraum. Den Bereitschaftsraum würde ich auch anderen gern zur Verfügung stellen, meiner Staffel. So, und das gibt es eben noch nicht. Naja, ist halt so. So, jetzt mal eben kurz die Jungs ausstatten, das Teil so ausstatten, wie ich das auch brauche. Nein. Das ist ein Dicke Finger hier. So. Noch mal ein paar Drohnen hier. So. Wo meldet man eigentlich Fehler? Äh... Vorne war glaube ich im Watten, ne? Im ersten Fenster oder so. Auch? Ja. Aber das kannst du auch sonst... mit den, äh... mit den, äh... Missions, äh... abgeben und dann dem falschen Bildschirm hinterher landen, ist immer noch da. Oder so ein ziemlich grober Schnitzer. Den könnten sie langsam mal ausbauen, finde ich. Du, ich... Ich habe siebzig, siebzig Fehler, siebzig Fehler, siebzig Fehler-Tickets laufen. Siebzig. Und seit wann? Seit August letzten Jahres. Prospekt. Ja. Nichts. Nichts. Wurde gemacht. Nichts. Bisher. Ne? Ich kontrolliere die Dinger immer wieder mal und die sind alle noch aktiv. Ne? Ich kann alle nachvollziehen, so wie ich das da auch in den Fehlerbeschreibungen gemacht habe. Es passiert nichts. Deswegen, also... Ich bin's leid. Ich schreibe auch nichts Neues mehr. Sondern ich rieche mich nur noch auf. Ich zeige's dann auch nur noch öffentlich. Weil... Warum soll ich denen da schreiben? Warum soll ich denen irgendwas zur Verfügung stellen? Es geht ja eh nicht weiter. Ne, im Gegenteil. Dann kommt... Hinsetzen und nix machen. Gucken. Ne? Es ist, äh... Armutszäunnis. So, äh... Warte mal. Da wolle ich hin. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Ich habe meine Mission abgeschlossen. Mit den 54 Touristen abgeben. und lande jetzt hundertprozentig wieder in dem Bildschirm Passagierlounge und unten sind die ganzen Sachen von dem Handel drin. Zack, da ist das. Geil. Ja, wenn du sagst, wir machen sowieso nix am Häusernimmelden. Hab's hier ja auch schon dreimal gesagt. Ja, wie gesagt. Schreib's denen. Na, ich warte seit August letzten Jahres auf einiges. Also, pff. Ist es, äh... Ich weiß nicht. Vielleicht muss man erst einen ganz großen Namen haben. Oder, äh... Was weiß ich. 340.000 Follower haben. Damit man da irgendwie Gehör findet. Na, weil... Da sind Extreme bei. Die tun schon weh. Wieso springt der jetzt auf einen ganz anderen Carrier? Was soll das? Sag mal, willst du mich verarschen? Problem melden. Und wenn sie geklaut werden, übrigens die Modul-Terminals, dann müsste ich sie ja über... über den Schwarzmarkt. Über den Schattenhandel. Na, dann hätten sie ja auch ein Symbol. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es das Problem. Obwohl, ich hab beispielsweise einiges entnehmen können und einiges ist gesperrt. Und die Modul-Terminals, die ich anbiete, oder beziehungsweise hier auf dem Frachter hab, wie gesagt, die hab ich dort selbst hinverkauft als PC-Spieler an diesem Frachter. Und ich kann ihn ja noch nicht mal als Eigner dieses Frachters entnehmen. So, jetzt kommen wir nämlich wieder hier zu diesem ominösen Punkt. Das ist jetzt mein Playstation-Account. Und da gucken wir uns jetzt einfach an... Und da gucken wir uns jetzt gleich einfach an, was denn das Problem ist. Und weder der Eigner des Carriers noch ich als Nicht-Eigner können weder die Sachen kaufen noch kann der Eigner es transferieren. Es geht gar keine Entnahme. Und für alle, die gleich angezeigt werden. So, ich geh jetzt mal einfach... Erstmal in den Carrier-Dienst. So, erstmal... Was steht hier? Zwei verfügbare Schiffe. Keine verwahrten Schiffe. Zwei verfügbare Schiffe. Zwei. 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 Jetzt geh ich hier rein. Zier da. Eins. Der Eigner sieht ganz was anderes. Auch andere Spieler auf Playstation sehen zwei. PC-Spieler sehen nur ein. Äh... Ja, ist wahrscheinlich mein Fehler. So, und jetzt kommt der schönste Teil. Diese ganzen Sachen kann ich nicht kaufen. Ich kann sie auch nicht transferieren. Ich kann damit gar nichts machen. Nichts ist möglich. Weil die Sachen gibt es gar nicht. Diese 140 Modul-Terminals, die habe ich alle über meine Aufträge gekriegt. Ist das nicht peinlich? Ist das nicht peinlich? Ja, Tritium. Na, aber trotzdem. Das ist... Teilweise ist das doch ehrwitzig, was hier möglich ist oder was nicht möglich ist. Wo man nicht dran gedacht hat. Hier, Modul-Terminals. Die habe ich... Ich habe die selber dem Carrier verkauft. So, und im Moment stehen sie ja im Kauf. Also, ich kann sie kaufen. So, jetzt versuche ich das zu kaufen. Und jetzt achte mal ganz genau darauf, was da oben steht. 14. Nicht 140. So, und jetzt nehmen wir ein. Transaktion abgebrochen. Kein Lagerbestand. Da stand eben noch was von 14. Obwohl es 140 in der Übersicht sind. Ist schon klar. Also, ganz ehrlich, unsere Freunde von Frontier, die haben Probleme beim Zählen. Zählen ist nicht ihrs. Die zählen sehr komisch. So, und auf dem PC sind ja Transaktionen eine ganz spezielle Sache. Also, das ist ja... Da kriegen sie auch die Aktualisierung nicht unbedingt hin. Insbesondere, wenn das ein Carrier ist. So. Und jetzt mal verlassen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Achso, ich wollte das ja eben noch... Achso, wir waren ja eben in der Werft. Die Werft gibt's. Na, habt ihr gesehen? Und es heißt ja wortwörtlich... Ich geh da mal eben rein. Müsste mich für barmen, Leute. Ne? Ja. Im Werft-Service enthalten. Werft-Zugangspunkt. Keine Schwerkraft. Magnetkontakt. Wird automatisch hinzugefügt, wenn der Werftdienst aktiv ist. So. So, so. Wenn der Werftdienst aktiv ist, dann ist das automatisch möglich. Gut. Haben's alle gelesen? Achso, noch... Ich muss es hier nochmal zeigen. Na, ich war ja eben in der Werft. Das habt ihr ja gesehen. Sonst hätte ich das ja nicht zeigen können. So. Also, die Werft gibt es. Also, ist sie automatisch da, wie es beschrieben ist. Wieder mal in den Patch-Notes aus. Das hat keiner ausprobiert. Das hat sich keiner angeguckt. Da wird auch nicht Konsolen-Version ausgeschlossen oder sonst irgendwas beschrieben. Nein. Das ist included. Ups. Der Raum ist jetzt da. Der Raum ist jetzt offen. Ich bin ja erstaunt. Okay. Gut. Muss ich zurücknehmen. Vorhin war permanent und dauerhaft zu. Okay. Ein Goodie. Gut. wenigstens das klappt, ja. Gut. Jetzt, jetzt muss ich mal eben kurz ich, jetzt, 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 jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Weil ich starte jetzt die Playstation. Ach so. Ne. Das war jetzt falsch. Ich wollte doch erst mal probieren, ob ich die Playstation jetzt über das machen wir jetzt mal wieder in Ruhezustand so und dann versuchen wir das noch mal über so dass ihr das hier auch seht über Imsen hier zu starten. Ja. Du. Stimmt. Die, die, die Crate hat ja nicht mehr so viel Lagerplatz. Deswegen. Ja, ja. Da hast du wiederum recht. Da hast du recht. An den freien Lagerplatz habe ich jetzt im Moment gerade nicht gedacht. Aber, äh, dass ich es nicht kaufen kann. Obwohl es mir angezeigt wird. Und das sind diese Waren. Die kriege ich von dem Frachter, also von dem Carrier nicht runter. Ich kann sie nicht kaufen. Ich kann sie nicht transferieren. Auf Däubel. Er sagt zu mir ist nicht da. So, und deswegen will ich das hier noch mal in der Verwaltung zeigen. Weil es ist ja immer so leicht gesagt. ich hoffe, jetzt funktioniert es mal mit der Anbindung. Es wäre schön, wenn. Ich habe in letzter Zeit hier immer Schwierigkeiten. Ich wohne, ich weiß nicht genau, warum. Ja, die Playstation geht schon mal an. Das ist schon mal viel wert. Das hat aber nichts zu sagen, ob es dann zusammenbricht oder nicht. Das sagt dir gleich das Licht. Na, kommt noch was. Ja, die Auflösung. Er schafft es mal wieder nicht. Ja, und er bricht gleich zusammen. Verpnungsfehler ist okay. die Qualität ist so saumies und obwohl die ich spiele hier im Wohnzimmer und da ist auch die Playstation und der PC überträgt ja im Moment. Da habe ich die Verbindung wieder zur Playstation verloren. Ich raffe es nicht, warum das nicht mehr funktioniert. Aber ist egal. Ist egal. Hätte ich gern gezeigt, dass ich das auch als Owner nicht übertragen kann. und es ist ja es ist ja jeder wert. Jeder wert. Okay, also das ist schon mal schon mal viel wert, dass auf jeden Fall die Werft dann doch da ist. Dann war das ein Instanzproblem. Obwohl ich habe mehrmals oder ein Delay davon reden sie ja auch immer gern. Von ihrem netten Delay. Aber auf jeden Fall ich hau diesen Träger hier in die Tonne. Ist einfach so. aber vorher geht der Carrier noch mal in ein anderes System. Eigentlich weil ich kriege ja oder vielleicht hat einer von euch eine Idee. was als Preis war ja auch als Preis NV nicht verfügbar. Wie meinst du das NV also ohne Angabe. Was steht da? Überall stehen also ja du meinst der Vergleichspreis hinten dann nehme ich eben jetzt Spiritosen weil der Vergleichspreis hat ja damit nichts zu tun. Dann müsste ich hier ja was nehmen können. Ich will hier nur eine Tonne nehmen. Eine Tonne so und es fällt auf die Fresse. Jeder Wert hiervon. Mein Carrier war voll. Ich habe mehrere zehntausend Tonnen also circa zehntausend Tonnen musste ich hin und her eiern und runter holen von dem Carrier. Ja und dieses ist übrig geblieben. Ich konnte ja Teile sogar runternehmen. Denn warte mal was war das wo ich Teile runtergeholt habe das waren Nano Zertrümmerer genau davon habe ich etliche runtergeholt bis auf zwölf die kann ich nicht runterholen. Irgendwas hängt da was dafür sorgt dass die Dinger nicht gehen. Genauso Indium. 16 Indium hatte ich und 8 kann ich einfach nicht runternehmen. Die gehen nicht. Aber wie gesagt auf der Playstation ich würde es ganz gern zeigen weil ich kann ja sagen komm zeig mir den Inhalt des Schiffs an und dann zeigt er eben diesen Inhalt an und bei Transfer wenn ich der Schiffs dann funktioniert es eben auch nicht und das macht es so also ich bin ja an jeder Idee interessiert deswegen wenn ihr irgendeine Idee hättet dann bin ich daran interessiert weil ich suche nach Lösungen aber du kannst wir können ja auch mal den Vergleich löschen galaktischen Durchschnitt so anwenden sagen so oh danke schön man kredenzt mir gerade was zu essen ja danke ja das ist putzig wir wollen das wir wollen keine arbeit draus machen ja geht mir genauso geht mir genauso ich komme und ich komme ja aus der lt ich weiß eigentlich wie und was ich bin ja aus programmiererkreisen also insofern aber das hier das wo ich teilweise so denke wie kriegen die das hin oder wie weit geht denen das am arsch vorbei die da was meinst du mit minimum eingestellt also bis dann also bei verkauf kannst du keinen dabei bei verkauf kannst du ja nur einen preis einstellen du kannst kein minimum einstellen wie viel du verkaufen willst bei verkauf so wie du verkauf ausgewählt hast 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 du nur einen Wert da gibt es keine zwei Meinungen ich ich wieder komm also verkauf kannst du nichts also wie gesagt ich bin da etwas schwer von kp warum das nicht so geht ja und warum die fehler hier sind und anders weite ich ihm nicht so das ist auch lustig der barkeeper taucht hier auf den es gar nicht gibt aber ist klar ich bin pc spieler deswegen werden wir die dinge angezeigt und ist ja okay ist ja okay aber schon ist schon komisch alles es lässt sich nicht nachvollziehen okay dann fliege ich jetzt noch mal rüber auf mein carrier und zeige dir dass du bei verkaufen du finden wenn du verkaufen angeklickt hast hast du keine anzahl mehr und das ist schon eine ganze weile so es war ganz zu anfang gab es das mal aber in der tat gibt es das so dass jetzt meiner ja Das ist ja auch dieses Ding mit heute gab es was, morgen ist es anders. Ach so, okay. Deswegen, ich habe ja, ich habe das ja nicht. Ich habe beispielsweise alle Verkäufe und Einkäufe habe ich dann auf Null gesetzt. Alle Käufe, Verkäufe habe ich dann auf Null gesetzt und habe gesagt, okay, machst du jetzt anders, schmeißt du komplett über Bord, du guckst ganz einfach mal blöd aus der Wäsche und machst das mit dem Eigner über Transfer. So, und dadurch das gleiche Problem wie eben als Käufer extern. Deswegen, das ist ja dieser, dieser ja, wie soll man sagen, dieses, dieses seltsame, anders kann man das nicht bezeichnen. Du hast es für die Anrufe. Seid ihr frei, um zu relaxen. Ihr Doktor ist in der Kontrolle. Das ist ja der fallet, das ist ja der der Teili, du hast es aus. eigentlich brauche ich ja gar nicht darüber zu wechseln weil ich kann ja auch alles aus der entfernung steuern so was blöd ist naja gut ja in ungefähr einer stunde werde ich noch mal einen sprung durchführen und dann werde ich noch mal neu was streamen damit ihr auch noch mal den den sprung aus einer anderen perspektive wahrnehmen könnt da werde ich mich nämlich unten hinsetzen so dass man etwas dichter an der scheibe ist mal gucken wie es von da aus aussieht ja jedenfalls großes geschrei ja das mit dem mit dem transferieren und dem reservieren ist in dem moment wo du nämlich zum beispiel käufe einstellt da wird nämlich für alle käufe wird natürlich etwas reserviert das habe ich zum beispiel auch falsch gemacht also ich habe es dadurch falsch gemacht sagen wir es mal so vielleicht ist es bei dir was anderes gewesen wo du es falsch gemacht hast oder wo der fehler liegt das ist ja auch immer so eine sache da was der eine macht kann der andere machen oder auch nicht klammer zu das haben wir schon zu oft erlebt hier ist wo teilweise wirklich der eine kann es und der andere ganz nicht wo man dann teilweise wirklich davor steht und so denkt ja haben wir irgendwas nicht verstanden aber ja wir arbeiten dran jedenfalls ich werde es nachher noch mal so machen und dass ich den playstation den werde ich in den dienstraum carrier dienst das system fliegen oh meine frage noch an alle zuschauer habt ihr eine möglichkeit schon gefunden treibstoff der an bord des schiffes ist wieder abzusaugen ist eine dumme frage vielleicht ich würde ich habe hier das problem dass sie natürlich wenig habe okay ich habe noch ich habe noch was aber das will ich jetzt da nicht rein kippen oder habe das deswegen auch nicht reingekippt weil ich erstmal gucken wollte aber mein mein playstation ist voll und ich wollte ungern den voll einfach verkaufen wird ja wehtun da würde ich ganz gern irgendwie ja was dran drehen also wenn da jemand eine idee hat wie man den treibstoff da wieder rauskriegen könnte das wäre schon doll ich habe es noch nicht irgendwie geschafft weil ist ja nicht so ohne weiteres möglich was ich auch nicht begreift ist warum kann ich nicht treibstoff von meiner einlagerung in meinen tank umbuchen das hoffe ich auch irgendwie nicht ich muss physisch an bord sein damit ich das kann das ist dann transferiere ich und dann schiebe ich in den tank das ist auch komisch nun gut das war es dann erstmal wir hören uns später nochmal dann schalte ich mich nochmal auf und dann führe ich sowieso den sprung durch mit dem mit dem playstation weil da will ich noch einiges verhökern weil ich habe ja noch diese diese dieses schiffspaket bei mir und ich traue frontier alles zu und nichts und deswegen wenn ich den einfach so verramscht den carrier weiß ich nicht ob alles wirklich aufgelöst und verrechnet wird und da das was weiß ich 300 millionen oder noch mehr sind das schiffspaket wäre es nicht schön wenn ich das schiffspaket so jetzt veräußert kriege ich das geld eins zu eins wieder wenn ich es nachher mein carrier so gesagt veräußert kriege ich es vielleicht nicht wieder und das will ich gar nicht ausprobieren aber wir hören uns später ich muss jetzt erstmal eine kleine pause machen weil zum einen die ganze nase läuft überhaupt die kopfschmerzen und ich brauche eine kleine kurze ruhepause ruhephase ja und ich muss auch was essen bis später ich danke euch fürs zuschauen und noch so als kleine anmerkung jeder abonnent kann bei mir jeden samstag an einer nimmt jeder abonnent den ich sie wohlgemerkt an einer verlosung teil also wenn euch das ganze noch gefallen hat was ich so mach gerne abonnieren und ihr nehmt dann auch wenn ich euch sehen kann als abonnent dann nehmt ihr automatisch an der verlosung mit teil das einzige was man machen muss ist man muss mir wenn man gewonnen hat mitteilen was für einen gutschein man denn haben möchte wie das ganze geht das könnt ihr sonst in der kanal info noch mal euch angucken lesen na ich habe dann auch den jackpot zum jahreswechsel verlost und es kamen drei gleiche antworten und dann haben sich drei den jackpot geteilt also insofern na ja wir hören uns wir sehen uns ich bedanke mich fürs zuschauen dann